Musik Guck mal! Sind die ermittert geführten Diskussionen um die prekäre Lage der Spielmannwerke erst mal auf Eis gelegt und auf den Herbst vertagt worden? Das Kabinett ist im Urlaub der Wirtschaftsminister in der Provence. Unser Ministerpräsident wie immer in Kärnten, alle zieht's in den Süden. Arbeitslose in den Norden? An der Ostsee ist doch am schönsten. Hat der Honecker euch schon gesagt. Musik Ach, bitte. Erwin, du siehst schlimm aus. Ja. Es juckt immer so. Werens juckt, der soll sich kratzen. Musik 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 Das war's für heute. Guten Tag, Herr Ministerpräsident. Guten Tag, Herr Vorsitzender. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es dir? Danke, Frau. Es gibt keine neue Zeit. Wie geht es dir? Ich habe mich angefangen, aber ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Danke. Was ist passiert? Es gab einen Wasserrohrbruch, aber ist alles schon wieder in Ordnung. Nach all den Jahren im Kernum könntest du doch wirklich mal anfangen, ein bisschen die Sprache zu lernen. Uwe. So, und dann gucken wir doch mal auf den Freistoß auf diese schöne Wumme von Sebastian Henge. Jabatsch und Henge. Heinrich. Für Dynamo? Ja. Freu dich doch. Bei deinem Verein. Warum freust du dich nicht? Erwin. Was ist denn? Hast du dich abgemeldet? Abgemeldet? Beim Arbeitsamt. Jetzt sag bloß nein. Nö. Ich verstehe dich nicht, Erwin. Die sind brutal. Du musst doch immer erreichbar sein für die, das weißt du doch. Erreichbar. Erreichbar. Vor vier Jahren erreichbar. Ich weiß. Willst du mal ein Bier? Wie weit ist denn da bist du auszählen? 250 Kilometer. Das packen wir morgen. Holst du frische Semmeln? Morgen? Mhm. Wir sollten in die Stadt reinfahren. Mhm. Wird ja wohl irgendwo ein Bäcker sein. Vielleicht auch irgendwo ein Frisur. Wir sollten mal nach Pompeji runterfahren. Was sollten wir in Pompeji? Wir Ruinen ansehen. Es gibt dort wunderschön bemalte, zum Teil farbige Ruinen. Die Ähnlichkeit mit unserer Ehe würde dich verblüffen. Also, was schlägst du vor? Soll ich meinen jobbernden Nagel hängen? Ministerpräsident geworden? Ziel erreicht und aus? Auf der Höhe seiner Machtbesessenheit ließ Nero Rom in Flammen untergehen. Erstens war der Mann nicht ganz dicht und zweitens, soweit ich mich erinnere, steht unsere Staatskanzlei noch. Ich würde das Hemd anlassen. Draußen wimmelt es von Mücken. Mich sticht niemand. Ich bin immun. Gegen alles. Oh, nein. Oh, nein. Guten Tag. Guten Morgen. Dankeschön. Dankeschön. Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Hier die Haare eben. Ein bisschen kürzer. Vielleicht auch ordentlicher. Bringen Sie das auch? Ich denke schon. Na, dann wollen wir mal. Nein. Nein. Was, was bin ich Ihnen schuldig? 22. 22. Ja. Und das hier, das ist für, für Sie, ja? Bitteschön. Na, danke. Wiedersehen. 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 Schönen Tag noch. Oh, nein. Könnte ich bitte, könnte ich bitte ein Autogramm haben? Wie bitte? Entschuldigung, könnte ich jetzt bitte mein Autogramm haben? Wie viel verdienst du so im Monat? 10.000. Na, sag doch mal. Hey, nun, bleib doch mal stehen. Oder 20. Hä? Du hast schon mal drüber nachgedacht, deine Kohle mit Arbeitslosen zu teilen. Oder gibst dir die ganze Kohle zum Champa-Sau-Bars, hä? Sag doch mal, Alter, bleib doch mal stehen. Wir wollen nur mal mit dir reden. Du bleib doch mal stehen. Hey, hey, hey. So ein Arsch wie du ohne Bodyguard. Das ist echt ein riesen Fehler. Heute soll uns das Volk mischen an die Sache. Morgen, Herr Ministerpräsident. Mein Horror. Haben Sie mal eine Luftpumpe? Ich sehe, was ich tun kann. Morgen, Herr Ministerpräsident. Na, geh schon rein. Los, geh. Oder willst du heute blau machen, hm? Ah, mein Herr, ich muss Sie bitten, Sie können hier unterscheiden. Nein, 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 jetzt sind okay. Sie können es stehen, wir haben den Dienstausweis. Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn da passiert? Oh. O. Darf ich mal? Bitte. Ich hol was her. Morgen, Herr Ministerpräsident. Schon wieder zurück? Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen, Herr Ministerpräsident. Das war schön, dass du da bist. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Herr Ministerpräsident, guten Morgen. Guten Morgen. Mir wurde gesagt, Sie sind im Urlaub. Gewissermaßen, ja. Entschuldigen Sie, Herr Ministerpräsident. Etwas überraschend, Ihre Erscheinung. Ihr Schein meine ich. Es tut mir leid, es ist noch nicht aufgeräumt. Die Putzfrau, sie ist total überfordert. Aber ich schicke Sie gleich rein. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Herr Ministerpräsident? Einen Kaffee vielleicht? Was? Ob Sie einen Kaffee möchten? Äh, Kaffee, nein. Nein. Wenn Sie vielleicht ein Bier? Da muss ich nachsehen. Was ist denn? Polizei, Notrufzentrale. Frau Eichsbreitschaft Hoffmann, ja bitte Herr Ministerpräsident. Herr Frank-Staatskanzler, ja bitte. Was? Oh nein. Helmut, komm! Staatskanzlei, da stimmt was nicht. Moment, Moment. Danke. Herr Ministerpräsident, Katastrophe. Ihr Arbeitszimmer nicht gemacht. Aber alle sagen, wir sind im Urlaub. Aber warten ein bisschen. Gleich fertig. Papiere. Kann weg oder auflegen. Also weg. So, rauchen zu viel, Herr Ministerpräsident. Viel zu viel. Nein. Aha. Trinken Bier jetzt, ja? Nicht gut. Zigaretten, Bier, Kaffee, auch nicht gut. Wir müssen trinken. Tee, Milch, General. So. Herr Ministerpräsident, was wird mit Spielmann-Werke? In geschlossen große Probleme. Mann arbeitslos. Bitte machen Platz. Herr Ministerpräsident. Ich nur Putzfrau habe immer gedacht, wie kann der Ministerpräsident fahren im Urlaub, wenn Spielmann kaputt? So viele Menschen. So viele Probleme. Werden hier gebraucht, Herr Ministerpräsident. Was haben Sie jetzt gesagt? Werden gebraucht. Herr Ministerpräsident, Herr Delbrück. Willkommen daheim, Herr Ministerpräsident. Kann ich davon ausgehen, dass Sie eine Kribnets-Sitzung einberufen wollen? Herr Ministerpräsident? Ja. Ich müsste die Herren allerdings aus dem Urlaub zusammentrommeln. Warum? Der Spielmann-Krise wegen, denke ich. Nein. Also keine Krisensitzung? Alles in Ordnung, Herr Ministerpräsident? Ja. Ja, gut. Herr Ministerpräsident. Ja. Nein, dann wieder Ja. Ja. Ich habe ja nichts angerührt. Den Notruf, Herr Ministerpräsident. Den Notruf. Ein Versehen vermutlich. Kann dir mal vorkommen. Ja, ja. Ja. Herr Ministerpräsident? Die Presse, Mapp. Die Presse, Mapp. Noch ein Bier, aber etwas kälter bitte. Bitte. Siehst du, wie viel Uhr das ist? In einer halben Stunde. Du, da hätte ich die Bullen geholt. Solange kein Friseur ja nun wirklich in die... Siehst du aber süß aus. Hast du die Brötchen mitgebracht? Ich hab dir eine Zeitung mitgebracht. Wir wollten heute noch an die Ostsee. Knotten. Siehst du da? Hast du was zum Grillen mitgebracht? Konnte ich doch nicht. Wieso nicht? Ist was dazwischen gekommen. Was denn? Erika, wenn wir noch ein paar Tage hier bleiben, würdet ihr das was ausmachen? Wieso? Na ja, das ist so. Ich bin da an den Job rangekommen. Was? Ganz zufällig. Naja, es ist mehr so eine Aushilfe. Wir sind doch im Urlaub, Erwin. Na ja, ich weiß. Aber ich bin sicher zwischendurch immer mal weg. So gleitende Arbeitszeit oder so. Weißt du? Was musst du denn da machen? Na ja, so rumtelefonieren. Ach, in einem Amt? Ja, ja, in einem Amt. Und was machen die da so in dem Amt? Na ja, was ich so wegbekommen hab, so... Was würdest du denn da verdienen? Also, wie man so hört, ganz schön. Erwin, ist aber nichts Kriminelles. Kriminelles? Nee, das glaub ich nicht. Nee. Hey, guck mal. Das gibt's doch nicht. Was gibt's nicht? Guck mal, guck mal, hier. Das gibt's nicht. Das fass ich nicht. Das glaub ich gar nicht. Guck mal, den hier. Den hab ich heute in einem Kreuzworträtsel verbraten. An dem Tisch da. Kann das sein? Das kann nicht sein. Wieso nicht? Weil der hat Urlaub. Ach so. Was denn das für ne Logik? Irwin. Was ist mit deinem Job? Du musst aufstehen. Ich hab keine Lust mehr. Ja. Gestern Abend hast du noch gesagt? Ich hab mir's eben die Nacht anders überlegt. Wenn du zugesagt hast, dann musst du... Erwin? Ja? Sag mal, du hast doch zugesagt, hä? Nee, ich glaub nicht. Du wirst jetzt da hingehen und dich wenigstens abmelden. Und zieh dich ordentlich an, hm? Ja. 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 Ciao. Sieh каждый Tag. Wow. Eicись Ihre Papiere bitte. Ausweis. Oh, Herr Ministerpräsident, entschuldigen Sie Wollen Sie den Ausweis ansehen? Aber ich bitte Sie, Herr Ministerpräsident Dürfen wir Sie zur Staatskanzlei fahren? Nein, nein, danke Oder Sie eskortieren Danke Oder vielleicht Guten Morgen Morgen Herr Ministerpräsident Guten Morgen Guten Morgen Darf ich Sie nachher mal kurz kontaktieren? Wenn es denn sein muss? Nach Ihnen, Herr Ministerpräsident Ah ja, ja, gut Guten Morgen, Herr Ministerpräsident Guten Morgen Guten Morgen Dann bis nachher, Herr Ministerpräsident Guten Morgen, Herr Ministerpräsident Guten Morgen, Herr Ministerpräsident Guten Morgen Guten Morgen, Herr Ministerpräsident Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen, Herr Ministerpräsident Ich brauche dringend sämtliche Unterlagen von diesen Spielmannwerken Bedauere, das wird ein bisschen dauern Wieso? Ich kenne mich doch hier nicht aus Das ist an sich das Ressort von Frau Blum Und wer sind Sie? Ich bin vom Kulturministerium abgestellt worden Ich vertrete Frau Blum doch nur Welche Unterlagen sagten Sie, brauchen Sie? Von den Spielmannwerken Gehst du mal an? Ja, Herr Paschke? Mensch, Erwin Wo seid ihr denn? Was? Ja, das ist ganz nett hier Du, Uschi, kannst du mal nachsehen, ob was vom Arbeitsamt da ist? Was? Ich bedauere, der Herr Ministerpräsident spricht Erwin Ja, ist was da Soll ich aufmachen? Ja, ja Ja, mach auf Soll es deiner Meldepflicht nachkommen, schreiben die 20.10 Uhr Ja, das weiß ich alleine, dass ich da sein muss Das musst du mir nicht sagen Grüß, Uschi Danke, Erwin Tut mir leid, der Herr Ministerpräsident spricht immer noch Ja, was ist denn mit den Akten der Spielmannwerke? Ich versuche sie ausfindig zu machen Wunderbar, dass Sie da sind, Herr Ministerpräsident Ich wollte nur Ihnen Ja, äh, was denn? Ja, wollen wir das vielleicht in Ihrem Zimmer? Ja, äh, ja, 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 mein Zimmer Aufgrund der politischen Situation und der Fülle Ihrer terminlichen Verpflichtung Habe ich Ihr erscheinbar der Hengstparade abgesagt Ja Was für Termine? Ja, die Herren Dr. Kühn und Mackenroth von der Landeszentralbank Professor Degenhardt vom Industrieverband Die Fraktionsvorsitzenden der Koalitionspartei Herr Porschner vom Wirtschaftsministerium Darf ich fragen, welchem Termin Priorität zukommt, Herr Ministerpräsident? Ja, 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 da, da würde ich mal sagen, tja Ja? Ja, da war da was mit Pferden Bitte? Mit Pferden, so, so eine Parade Die Hengstparade? Ja 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 Ja, wollen Sie darauf bestehen, Herr Ministerpräsident? Ja, bitte Die Spielmann-Akten, Herr Ministerpräsident Danke, Frau Kieselfink Sie wirklich Turschko Kavo, Herr Achimsen Nein, Kaffee Aber ich nehme einen Es war sehr gut, Carla Danke Der Absturz der Spielmann-Werke Das kann eine Lawine auslösen Aber ich lasse mich nicht unterkriegen, auch von einer Lawine nicht Dass der Ministerpräsident mal anders heißen könnte als Achimsen Das scheint dir nicht einzufallen, oder? Ohne mich läuft nichts Gar nichts Und das ist Fakt Das kann nicht dein Ernst sein, Uwe Das, also So arrogant kannst du doch überhaupt nicht sein Hallo? Hallo, ich bin's Heike Ah, hallo Süße Sag mal, ich kann doch bei euch in der Villa eine Party machen Ist doch okay, oder? Ich mein, die Hütte steht doch sowieso leer Nee Nee, mir reicht das Chaos noch vom letzten Mal Was ist? Das Kind lässt fragen, ob es mal wieder unser Haus verwüsten darf Hallo, Kleines Hi, Papst Was geht's? Wie geht's? Hm, ganz gut Was macht die Liebe? Ja, wenn ich eine Party feiern könnte, dann... Natürlich könnt ihr bei uns feiern Ich vermisse dich Danke Ich dich auch Ja, ich hab sie rumgekriegt Und wer baut hinterher die Hütte wieder auf? Ich würde auch gern mal wieder diese Art der Zärtlichkeit in deiner Stimme hören Mir gegenüber Du hast es alles geblieben, Uwe Das ist doch gar nicht so lange her Was? Dass wir uns abgeknutscht haben Kleine Kinder Vielleicht haben wir politisches Verständnis mit Liebe verwechselt Das ist hier eine Kommandozentrale von den Grünen Guten Morgen Guten Morgen Sind Sie neu hier? Neuenfels Sie, Wiking Ich bin die Vertretung Moment, Sie können doch nicht einfach sein Herr, bin ich der Neuenfels? Sollte Sie vertreten? Was machen Sie denn hier? Das frage ich mich auch Verzeihung, Herr Ministerpräsident Entschuldigen Sie Ich konnte ja nicht wissen Ich dachte, Sie wären im Urlaub Ach ja, richtig Da kann ich ja gehen Ähm, Ihr Wagen wäre soweit, Herr Ministerpräsident So Soll ich mal Kennen Sie die Die Spielmann-Werke? Natürlich, ja Ich meine, waren Sie schon mal da? Da? Nein Dumme Sache, das Dumme Sache Haben Sie eine Ahnung, um was es da geht? Nein Haben Sie nicht Waren Sie schon mal arbeitslos? Wie bitte, Herr Ministerpräsident? Haben Sie verstanden, was er damit gemeint haben könnte? Liebe Zuschauer, nach den dritten Rennen Findet vor der großen Tribüne Unter Anwesenheit unseres Herrn Ministerpräsidenten Die große Hextparade statt Na? Zufrieden, Herr Ministerpräsident? Koteletts vom Heidschnuckenlamm Deutsches Spanferkel, kalter Fasanen, Birne, Helene Kaviar, russischer Kaviar Und diesen Krabbensalat Den müssen Sie unbedingt probieren, Herr Was kostet denn das? Was hat denn das alles gekostet, frage ich? Na ja, wir haben unseren Etat, Herr Ministerpräsident Der Veranstaltung angemessen So, der Veranstaltung angemessen Aber das geht doch alles auf Kosten der Steuerzahler Vier Millionen Arbeitslose, aber hier biegen sich die Tische Ich will den Firlefanz da nicht mehr sehen Nirgends mehr In Zukunft nur noch Erbsensuppe Haben Sie mich verstanden? Wie Sie meinen, Herr Ministerpräsident Na gut, meinetwegen noch Ne Bockwurst dazu Wer sich da vorne auf Staatskosten durchgefressen hat Kennen Sie die Leute? Nicht alle Einige Staatssekretäre waren dabei Staatssekretäre, ja Was machen die denn überhaupt? Also ich sehe die immer nur bei Kranzniederlegungen hier Schleifchen gerade rücken oder Bäumchen pflanzen Schlechten Tag erwischt, Herr Ministerpräsident, was? So, Sie sind da Wo? Vor Ihrer Villa oder Wollten Sie noch zur Staatskanzlei? Nein, 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 nein Ministerpräsident Oh, nein, 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 nein Alles in Ordnung, Herr Ministerpräsident? Ja, ja, es ist alles in Ordnung. Ist das der Herr Ministerpräsident? Ja. Ich weiß auch nicht, was heute mit ihm los ist. Ich schon. Schlüsse vergessen, Herr Ministerpräsident? Ja, äh, kein Problem. Herr Ministerpräsident, schönen Feierabend. Ja, und einen schönen Feierabend. Erika, ich bin's! Mach doch auf! Sag mal, bist du wahnsinnig? Ich werde dir noch ein verrückter Abend, bist du verrückt geworden? Wo warst du denn? Erika, ich muss dir was sagen. Keine Polizei, Herr Lehm. Gestern nicht, ich bin in sowas reingerutscht. Oh, du Bildverrufle. Und kein Bildverruf. Weil es war, da kamen Tomaten angeflogen. Oh, was für Tomaten? Also, das ist so. Ich bin Ministerpräsident. Oh, mein Erwin. Das ist doch keine Schande. In unserer Lage, da muss man nur nehmen, was kommt. Was hast du eben gesagt? Ich bin Ministerpräsident. Kaffee. Ich fass es nicht. Wenn wir das Reinhard und Uschi erzählen, die glauben doch, wir haben einen an der Waffel. Erika, sei vorsichtig, hier ist glatt. Hallo, hallo, hallo. Da ist der Polizei dran, bist ja du Wahnsinn. Aber toll haben die's hier. Erika. Oh. Geh runter. Oh, schau mal, schau mal. Oh, da kann man vom Sofa aus die Sterne angucken. Was ist denn hier? Da, da will ich auch hinten. Erika, nichts anrühren. Erika, du rührst nichts an. Das ist toll. Warte. Nein, Erwin, guck mal. Guck mal, eine Wanne mit Rundgang und eine Munddusche. Oh, guck mal, ein Parfum. Erika, du rührst hier nicht an. Alles da, alles da. Feine Seife, Badeöle. Ist das hier die Villa des Ministerpräsidenten? Na also, dann wird seine süße, kleine Frau, ihr Mann, doch ein Bad einlassen können. Liebling, du hast sicher einen schweren Tag gehabt. Erika. Ich hab mit Reinhard telefoniert. Na und? Alles in Ordnung. Das Arbeitsamt macht Terror. Ich soll mich am 20. melden. Oh, das ist ja schon nächste Woche. Oh, da, schau mal. Rum vom Feinsten. Du rührst ja nichts an. Oh, da wird ja irgendwo noch eine Cola sein. Oh, nee. Zieh sofort den Bordermantel aus. Er gehört ja nicht. Ich bin die Frau vom Ministerpräsidenten. Bist du nicht. Und überhaupt, alles, was hier gesoffen wird, das wird alles wieder hingestellt. Oh, hör auf. Mensch. Mensch, Erwin. Wenn jetzt der Bundeskanzler zu Besuch käme, ich mein, das könnte sein, dann, dann würde ich ihm ein Wiener Schnitzel machen. Das kann nicht sein. Wieso nicht? Mögt ihr euch nicht mehr? Wir haben es noch nie gemacht, weil ich hab ihn noch nie gesehen. Das ist aber schade. Wieso nicht? Oh, ich wär ja noch wahnsinnig. Du, das ist alles eine Nummer zu groß für uns. Jetzt hol mir ein Handtuch rüber. Und wir stehen doch mit einem Bein schon im Knast. Wir? Geh mich mal umziehen. Wo willst du hin? Oh, Bingo. Nadelstreifen. Der müsste dir eigentlich passen. Zieh mal an. Nee. Wieso nicht? Das heißt immer, wieso nicht, so. Wieso nicht? Wenn du seinen Job machst, dann kannst du auch seine Anzüge anziehen. Sag mal, sagen die wirklich Herr Ministerpräsident zu dir? Ja. Och. Oh. Ich muss das hören. Jetzt und gleich. Hier und jetzt. Die haben doch bestimmt irgendwo eine Stammkneipe hier. Ich brauch auch was. Wieso nicht? Erika, ich weiß nicht. Also, ich will da jetzt rein. Danke. Komm. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. 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 Guten Abend. Wie immer? Böben auf Eis? Ja. Für mich ein Cola mit Rum. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Na, Ben. Nicht ein Haken, Erika. Wieso denn? Ich glaube, das ist nicht gut. Sagen Sie, könnten Sie eine andere Musik machen? So mehr zum Tanzen. So, Daki. Ja. Ja, Herr Ministerpräsident. Ein Rum mit Strohhalm, bitte. Schön. Mhm. Sieht so süß aus. So süß aus. Sieht so langsam. Oh, Herr Ministerpräsident in der Staatskanzlei. Der muss ja nur so viel arbeiten, der Herr Ministerpräsident. Oh, vielen Dank, Herr Oberst. Ups. Das ist ja ein Ding. Und wo war das? Kannten Sie die Dame? Ob seine Frau wohl davon weiß? Herr Oberst, dieser Hohenbock macht mir das Leben zur Hölle wegen der Spielmann-Krise. Roman, hier ist Neuenfels. Es handelt sich um eine etwas delikate Angelegenheit. Beziehen Sie doch mal Stellung vor der Villa des Ministerpräsidenten. Natürlich unauffällig. Alles ablichten, was Ihnen vor die Linse kommt. Ja, auch nachts. Oh, pardon, Herr Ministerpräsident. Herr Ministerpräsident? Wie? Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Ich wusste ja nicht, dass Sie schon da sind. Die Posten, die Pressemappe. Verlegen Sie die Sache rüber auf den Schreibtisch. Warten Sie. Ich brauche noch ein paar Akten. Da gehen Sie rüber ins Archiv. Das ist an sich Aufgabe des Hausboten, Herr Ministerpräsident. Sonst war ich hier wohl nicht richtig. Ich war für die Etats der Goethe-Institute zuständig. Für die Verbreitung deutschen Kulturgutes im Ausland. Die Sprache Hölder, Dienst Lessings. Hier muss ich ständig Akten hin und her schleppen. Für was wird in diesem Laden überhaupt jemand bezahlt? Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Die Herren sind gleich da. Was sind jetzt für Herren? Zum Teil muss ich sie aus dem Urlaub einberufen. Warum das? Ja, sonderlich erfreut war darüber niemand. Die Kabinettssitzung. Die, die, die was? Sondersitzung des Kabinetts in der Staatskanzlei, Krisenstimmung im Lande. Der Ministerpräsident selber seit Tagen für die Presse nicht zu sprechen, holt seine Minister aus dem Urlaub. Die Spielmann-Krise könnte durchaus das Ende dieser Koalition bedeuten, die durch die Dauerwirtschaftskrise angeschlagen ist. Was sich der Alte dabei gedacht hat? Hoffentlich hat Achimsen eine Idee. Nicht aus dem Urlaub, Holger. Aber es war doch Ihre Anordnung, Herr Ministerpräsident. Echt? Ist ja irre. Also bitte, Herr Ministerpräsident. Die Menschen da draußen erwarten, dass sie jetzt die geeigneten Maßnahmen ergreifen. Gut. Ich komme runter. Wieso runter? Dann, dann eben rauf. Kabinettssitzung, was ist denn das? Das weiß ich doch auch nicht. Was soll ich denn machen? Du hörst einfach zu, was die anderen so reden. Aber ich werde was sagen müssen. Erwin, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist. Ich meine, wenn es so Ärger gibt im Schrebergarten mit dem Müll oder sowas. und sich alle so richtig anschreien. Denk mal nach. Was machst du dann immer? Genau. Herr Ministerpräsident. Ah, ja. Danke, Uwe. Sag mal, Uwe. Du kannst einem ja den ganzen Urlaub vermiesen. Danke. 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 Wie geht's denn immer so? Ungut, Uwe. Ungut. Seit Monaten hängt die Spielmann-Problematik wie ein Damoklesschwert über dieser Regierung. Und ganz plötzlich ist die Krise da. Was heißt hier plötzlich, Herr Kollege? Wir haben bereits im vergangenen Jahr die fundamentalen Daten der Spielmann-Werke geprüft und eine baldige Liquiditätskrise vorausgesagt. Ich habe doch im Justizministerium prüfen lassen, ob eine Auszahlung der Landesfördergelder nach Artikel 9 Absatz 2c EG-Recht überhaupt möglich ist. Das hätte in der europäischen Rechtsgeschichte einen einmaligen Vorgang bedeutet. Nicht auszudenken, was Berlin oder Brüssel dazu sagen würden. Ich finde, und mit dieser Meinung stehe ich sicherlich nicht allein, dass wir prüfen sollten, ob wir gewissermaßen ein Gutachten... Was denn für ein Gutachten? Das lohnt nicht bei diesem Wrack. Wrack? Habe ich Wrack gehört, Herr Kollege? Ja, das haben Sie, Herr Kollege. Aber bitte, meine Herren, 600 Millionen Subventionsgelder liegen sozusagen auf Halde. Könnten wir nicht... Sind von der EU gesperrt. Ihre Bedenken haben einen ganz anderen Hintergrund. Was für ein Hintergrund? Willen Sie doch nicht den Unschuldigen? Sie sind politisch mausetot. Von Ihrer Frau, Sie wissen schon... Also wollen Sie sich bei jedem Freunden in Brüssel es nicht verderben, weil die dort einen Sessel für Sie warm haben. Und den populistischen Kreuzzügen gegen die EU-Kommission. Da können Sie sich wissen... 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 Griechischer Wein Ist so wie das Blut der Erde Komm, schenk dir ein Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Ihr müsst verzeihen. Sie können ja Akkordeon spielen, Herr Ministerpräsident. Das wusste ich ja gar nicht. Ich spiele oft in letzter Zeit. Immer wenn ich nicht weiter weiß. Und das Geld nicht reicht. Und wir auf Sonderangebote angewiesen sind. Aus dem Supermarkt. Dann gehe ich in meinen Garten und dann spiele ich wieder ein bisschen Akkordeon. Krieg ich dich da rein und die alte Verte wieder schenk noch mal ein. Schenk ein, denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werde ich immer nur ein Fremder sein. Und allein. War eine schöne Sitzung, Uwe. Wirklich. Hat sich gelohnt, aus dem Urlaub zu kommen. Danke. Ja, ich weiß. War saukomisch. Was ist denn nun mit den Spielmann-Werken? Nein, vergiss es, Uwe. Je schneller die Kuh vom Eis ist, desto besser. Grüß, Heide. twoje. Dafür,ir. Erika? 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 Alles in Ordnung? Ja, ja. Genau derselbe Schrebergarten-Zirkus wie bei uns. Zeig doch. Ich hab noch Spaghetti gefunden. Lass die Spaghetti zu. Die gehören nicht uns. Sollen wir verhungern? Sag mal, die 1000 Euro von Tante Hilde, was kann denn die machen, wenn die merkt, dass wir ihr Konto gepunktet haben? Sauer wird sie sein. Mehr nicht. Wieso kommst du denn da grad jetzt drauf? Ach, nur so. Ich muss um 10 Uhr auf dem Arbeitsamt sein, am 20. Muss ich das melden? Hier mit der Aushilfe? Bist du wahnsinnig? Die schicken dich doch gleich in die Psychiatrie. Und Reinhard und Uschi erzählen wir auch nichts von. Sag mal, Mensch, die waren doch gestern noch zu. Ach, die paar Pralinen. Jetzt kack dir doch nicht gleich in die Hosen. Bevor wir hier rausgehen, wasch ich alles ab und mach's picobello und koch koch. Sieht irgendwie toll aus. Irgendwie klasse. Wieso sieht denn die toll aus? Hm? Wieso die toll aussieht, möchte ich mal wissen. Ist doch bloß so ne aufgedollerte Promi-Kuh. Toll, ja. Toll sieht die aus. Lange, durre Zicker ist ja so toll aus, nicht? Ach, toll. Tolle Frau. Oh, Kerle. Können so die Laune vermiesen. Was denn los? Was die kann, kann ich schon lange. Mach dich das an. Mach dich das an. Ach, mach dich das an. Oh, Scheiße. Das ist schön. Ich schwelge mich zu und die leistin. Ich kann mich schäuern. Dach, wenn du da jetzt. Du bist so, dass du nie bist. Überrasch, wenn du dich zu Hause bist, Was ist denn das? Schließ doch mal die Tür ab. Was ist denn die Tür? Da macht es Licht aus. Ich habe Angst. Getränke ist in den Kühlschrank. Kerzen hier oben. CD ist da und grünen Chips und so weiter. Heike, habt ihr nicht noch irgendwas Hattes zu trinken? Schnaps oder so? Na bestimmt. Okay. Papa, was machst denn du hier? Kenn ich das? Ich glaube es nicht. Was sehe ich denn da? Wo warst denn die aufgerissen? Was, was Männer manchmal so stehen, ist schon komisch. Wie, was soll denn das jetzt heißen? Ach so, verstehe. Autostrich. Also Papa, das hast du doch wirklich nicht nötig. Jetzt sag doch mal was. Ja, was ich wüsste. Ach so. Arbeiten Sie wenigstens mit Gummis? Was macht die einen an der Waffel oder was? Die von der Presse sind doch nicht ganz dicht. Hier ist dein Whisky. Was ist denn los? Es soll gestern bei der Hengstparade gewesen sein und über das üppische Buffet gemeckert haben. Na ja, eine Hengstparade ohne den Oberhengst. Wie mach ich zur Sau? Wo ist denn das Telefon? Uwe, kannst du nicht einmal loslassen? Verdammt nochmal, wir sind im Urlaub. Kannst du dich nicht entspannen? Jeden Tag diese vielen Zeitungen. Schau, die Sonne scheint. 04932. Uwe, bitte. Schau mich doch mal an. Wie? Komm mit auf den Berg. Was? Hallo? 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 Heute so geht das doch nicht. Hallo? Bitte, Ministerpräsident, durch die Menge durch, bitte. Lass es sich leider nicht vermeiden. Wir lassen uns doch nicht in Gefahr, diejenigen Kinder. Geh nach Hause! Es wird ein hartes Stück Arbeit, Herr Ministerpräsident. Hier, Ihre Rede, Herr Ministerpräsident. Liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterschaft der Spielmannwerke, wir machen eine schwere Zeit durch. Hört doch mal auf mit dem Rumgeierer! Armleuchter! Hast du Geierer gesagt? Ja! Ja, recht hat er. Gut dann. Da wollen wir mal Tacheles reden. Die Wahrheit ist, nicht in einem Monat, nicht in einem Jahr, jetzt werden die Millionen für das Werk gebraucht. Und eine andere Wahrheit ist die, jeder einzelne Arbeitslose hatte eine Familie, Freunde, Bekannte, alles lief Friede, Freude, Eierkuchen zu, solange er seine Arbeit hatte. Aber wenn sie dann nicht mehr da ist, und wenn man dann vor einem Tag steht, vor einem Tag, der nicht enden will, und wenn man rumsitzt zu Hause und die Wände anklotzt und wenn es vielleicht auch noch regnet, und geht über kurzer Lang hier drin was, was kaputt, Würde geht kaputt und stolz, wenn man nicht mehr traut, seiner Frau in die Augen zu gucken. Man kommt sich klein vor, klein wie eine Laus, wenn man sich verkriechen will, irgendwo hin. Und damit sich keiner von euch verkriechen muss. Niemand und jeder einzelne von euch weiter gebraucht wird. Die Millionen werden flüssig gemacht. So war ich hier sehr. So war ich hier sehr. Wieso steht denn heute wieder alles voller Autos? Tschüss. Schönen Tag noch, Herr Minister Paselein. Tag. Guten Tag, Herr Ministerpräsident. Ist das mit Ihnen nicht in Ordnung? Nein, nein, es ist nur das mit den Spielmannwerken, das haben Sie gut gemacht. Danke. Herr Minister Neunfeld, es war da drin auf Sie. Geht in Ordnung. Herr Ministerpräsident. Ja. Ein Bier? Ziemlich kalt? Nein, ein... ...ein Tee. Guten Morgen. So einen phänomenalen Erfolg. Meinen herzlichen Glückwunsch, Herr Ministerpräsident. Glänzender Schachzug. Schachzug? Wie meint Sie das? Aber die Überweisung der Landesmittel an Spielmann trotz Veto aus Brüssel, das ist nicht Ihr Ernst. Herr Ministerpräsident, oder? Doch. Treten Sie der Landesbank in den Arsch? Schreiben Sie eine Überweisung? Oder holen Sie die Kröten aus dem Sparsturm? Bei allem Respekt, Herr Ministerpräsident. Dafür würde ich ungern die politische Verantwortung übernehmen. Aber da Sie ja nun selbst wieder im Lande sind. Sind Sie da ganz sicher? Wie meinen? Dass ich wieder im Lande bin. Lieben Sie Stiefmütterchen? Für Rentner, Pensionäre und Minister im Ruhestand die ideale Freizeitbeschäftigung. Nehmen Sie Lucanda. Das ist eine dankbare Sorte. Ihr braucht viel Humus, viel Sonne und viel, viel Zeit. Aber die haben Sie ja jetzt. Noch ein ganz heißer Tipp. Meerschweinchen. Wiebt Tee, Herr Ministerpräsident? Da war es gegen Meerschweinchen? Oh. Entschuldigung. Ja? Heikelein. Wie war die Party? Nein, Papa ist dienstlich verreist. Mama, also irgendwas machst du total falsch. Muss doch einen Grund haben, dass Papa andere Frauen anbaggert. Wie bitte? Na ja, wenn es sich beruhigt. Glücklich sah er jedenfalls nicht aus. Er tat mir eher ein bisschen leid. Wie, wo, wo bist du ihm denn begegnet? In der Villa. Carla? Könnten Sie sich vorstellen, dass mein Mann... Ja? Ach. Hallo? 15 Uhr 20? Sehr gut. Ist denn da noch ein Platz frei? Kannst du den für mich reservieren? Und hier noch eine ganz aktuelle Meldung aus dem Bundespräsidialamt. Der Bundespräsident hat aus gesundheitlichen Gründen alle Termine für die nächsten Tage abgesagt. Geh ich mal ran. Ja, Paschke? Oggi? Der Erwin hier, ja. Du, ich wollte nur sagen, dass wir am Sonntag kommen. Kannst du mal zu uns rüber gehen, mal durchlüften? Ja, kann sich auf uns verlassen. War, Reinhard? Geh mal. Du wart mal, Erwin. Der Reinhard will dich noch, ja? Erwin? Gut, dass du kommst. Übermorgen wieder Preis gehalt gegen die Typen von Säuregurken und Waldfrieden. Diesmal müssen wir uns über den Tisch ziehen und du musst ran. Wieso denn ich? Ihr wisst doch ganz genau, dass ich im Skottennide bin. Hilft nichts. Du bist ausgelöst worden. Oh, Nede. Kann ich Schreibtisch machen? Ja, 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 ja. Ah, nichts Zigaretten mehr. Nicht rauchen? Gut. Kein Kaffee. Jasmin, sehr gut für Gesundheit. Dankeschön. Dankeschön, Herr Ministerpräsident. Für die Hilfe. Mein Mann hat Arbeit behalten. Dankeschön. Danke. 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 Um Missverständnisse zu vermeiden. Ich bin Heide Achimsen. Angenehm. Seit wann residieren Sie hier? Fünf Tage. Ich weiß ja nicht, wer Sie sind. Aber Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes weismachen, dass Sie ohne große Probleme hinter dem Schreibtisch des Ministerpräsidenten sitzen und zwar seit fast einer Woche. Doch. Doch. Aber Probleme gehabt schon. Hier malen alle nur rum. Und wer ist das? Das ist Erika. Wer zum Teufel ist Erika? Meine Frau. Oh, pardon. Es macht nichts. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das meine Unterwäsche. Es tut mir leid. Entschuldigen Sie. Und Sie stecken ja in dem Anzug meines Mannes. Das ist schon alles sehr merkwürdig. Finden Sie das nicht? Ihre Villa. Also, wenn Sie da wieder einziehen, Sie merken nichts, dass da jemand gewohnt hat. Wir sind ziemlich sauber, Erika und ich. Ah. Das beruhigt mich jetzt aber kolossal. Gestatten Sie, dass ich mich setze? Bitte, selbstverständlich. Sie haben eine Rede gehalten, gestern. Ja, bei den Spielmannwerken. Ja, und? Was haben Sie den Leuten so erzählt? Also, so viel war das gar nicht. Ich habe nur dafür gesorgt, dass die Millionen rüberkommen. Die lagen hier nur rum, da nützen sie ja niemanden. Moment mal, Moment. Sie haben die Landesmittel ohne Zustimmung von Brüssel auf die Konten der Spielmannwerke transferiert. Ist doch nicht falsch, oder? Also, mit den 1.000 Euro von Tante Hilde haben wir das genauso gemacht. Ja. Ja, weil Sie müssten doch Unterschriften leisten. Ja, heute Morgen. Ja, im Beisein des Aufsichtsrats und des Vorstands der Landesbank. Da haben Sie gesessen. Wo Sie jetzt sitzen, der große Decke. Genau, Dr. Kühn. Und, haben die denn gar nichts beanstandet, die Herren? Haben die gar nicht protestiert? Champagner wollten die. Aber nicht mit mir. Also, mit mir nicht. Ist was? Trinken Sie mit mir ein Glas Wein? Warum soll ich mit Ihnen was trinken? Wer sind Sie eigentlich? Strunz. Erwin Strunz. Strunz. Den Ärger, den Achimsen mit der EU in Berlin bekommt. Ich möchte den nicht haben. Zivilcourage, Herr Kollege. Herr Delpren, guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe gut. Ich danke Ihnen. Und Ihnen? Wunderbar. Herr Ministerpräsident? Komm, Uffchen. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Bourbon auf Eis? Ja. Nein, wir nehmen Rotwein. Zwei Rotwein bitte. Wenn ich Sie abknutschen soll, kein Problem. Danke, ich werde Sie dann sagen. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Zum Wohl. Zum Wohl. Herr Ministerpräsident. Herr Ministerpräsident. Herr Ministerpräsident. Heute schon nach Hause zu fahren, ist ausgemachter Unsinn. Aber ich muss auf dem Arbeitsamt sein am Montag. Ach, keine Sorge, das regeln wir schon. Übermorgen beginnt die Ostseewoche. Und Sie sind der Ehrengast, Herr Ministerpräsident. Nee, wirklich nicht. Das muss ich nicht haben. Wo ist denn mein Schlipper? Der ist auf deiner Seite. So, Südwestern, Ölzeug, Gummistiefel. Alles da, ich denke, es müsste passen. Was soll denn das jetzt? Ich denke, es ist doch in unser aller Interesse, den Paparazzis keine Chance mehr zu geben, oder? Erika, das ist Frau Achimsen. Frau Achimsen, das ist Frau Strunz. Heide. Erika. Angenehm. Herr Achimsen. Herr Achimsen. Frühstück? Ihre Frau. Heide? Wo bist du? Unterwegs. Warum bist du noch nicht rasiert? Wann kommst du? Du, ich hatte eine entsetzliche Nacht hinter mir. Ich finde, wir sollten ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Wir sollten ein bisschen Abstand gewinnen. Du kommst also nicht? Ich ziehe mich einige Zeit dorthin zurück, wo das Leben noch gestreichelt wird. Darf man fragen, wo dieser Kontinent liegt? Ach, weit weg von dir. Ich komm hin. Ach Uwe, lass doch ein bisschen Zeit verstreichen. Ich komm hin. Ich komm hin. Ist das gestreichelte Leben wenigstens ausgeschildert? Hier ist Licht. Wieso siehst du hier so glücklich aus? Ich seh da nicht glücklich aus. Du quetschst ihre Brust und siehst glücklich aus. Jetzt hab ich die Nase endgültig voll. Sag mal, du kommst doch wohl schon vor wie die deutsche Nachfolge von der Hillary Clinton? Komm hier, komm, Schluss aus und vorbei. Mensch, das geht da draußen, ist hellig der Tag und ich lade dich hier im Dunkeln wie ein Krattenfischer durch die Wohnung. Ministerpräsident, ist doch vielleicht das Scheißspiel. Komm hier vorn heim. Hast du die Ränder und der Bordewanne weggeputzt? Wieso ich? Telefon! Und du gehst nicht ran. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Hallo? Frau Achimsen, hier Bundespräsidialamt, Staatssekretär Schneider. Kann ich hier einen Mann sprechen? Hören Sie mich nicht. Ich glaube, da ist der Bundespräsident dran. Wer? Der Bundespräsident. Was will denn dir? Wiß ich doch nicht. Moment, ich verbünde. Ja? Hier ist Staatssekretär Schneider. Sie müssen ran, Achimsen, tut mir leid. Der Bundespräsident ist krank, werden Sie ja wohl gehört haben inzwischen. Die Ländler hat den Vorsitz im Bundesrat. Also sind Sie erster Mann im Staate. Und, 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 und warum muss ich ran? Die Queen kommt. Mit ihrem Charme, Achimsen, Sie machen das schon. Und unbedingt Komplimente über den Hut der alten Dame. Was auch immer für einen Sie aufgestülpt haben mag. Was denn jetzt? Also irgendwas stimmt hier nicht, Reinhard. Das sag ich dir, du. Das sag ich dir. Ach, du nur wieder. Was soll denn hier nicht stimmen? Wieso ist Erwin heute Nacht allein gekommen? Wieso in diesem Auto? Warum nicht im Campingwagen? Und wo ist meine kleine Erika? Und was soll denn das hier noch? Wo kommen die überhaupt her? Irgendwo von woanders. Wo waren die überhaupt? Wenn die die Autos geklaut haben. Wer ist der Mann? Erwin Strunz. War über 20 Jahre lang Werkzeugmacher in den Sachsenwerken. Seit vier Jahren arbeitslos. Wie ist der an die Staatskanzlei gekommen? Durch die Tür. Hat das Charisma eines Bademeisters. Also ich finde, ihr seht euch total ähnlich. Völlig austauschbar. Das verbitte ich mir. Das verbitte ich mir ganz energisch. Der Mann dürfte doch kaum in der Lage sein, sich einigermaßen zu artikulieren. Ach ja? Pass mal auf, ich lese dir mal was vor. Bravo, Herr Ministerpräsident. Oder hier. Endlich werden Initiativen ergriffen. Warum hat die Landesbank kein Veto eingelegt? Wegen das Machtwort des Ministerpräsidenten? Du, die saßen alle vor deinem Schreibtisch. Die ganze Spitze der Hochfinanz. Kühn, Zoll, Maschewski, Heidenreich. Die mussten gegenzeichnen. Ja, das haben die auch gemacht. Vor allem nichts. Von der ex-beliebigen Laus. Das, das halte ich für unmöglich. Du musst aufmachen. Geh schon. Herrin, entschuldige, du, die Uschi, die sagt... Ich wollte nur mal nachfragen. Ist alles in Ordnung? Danke. Danke, ja. Na und, was war denn? Erwin hat aufgemacht, ist da, aber irgendwas stimmt nicht. Soll ich dir was sagen? Da ist eine andere Frau drin. So was habe ich im Urin. Erwin und eine andere Frau. Oh, spinnst du auch. Wenn ich es dir sage. Therine de Fasal à la Trouve? Mein Vorschlag für den Zwischengang, Herr... Herr Ministerpräsident, Magritte Canard? Filet Wellington à la Sausse Bernays. Dazu einen Château Mouton Rothschild, wahlweise einen Dom Perignon. Lieblingschampagne, Ihrer Majestät, wäre sicherer Quelle zu erfahren war. Bier vom Fass. Wie? Bier vom Fass und aus. Was? Wasser. Ja, meinetwegen noch Wasser dazu. Aber den anderen Kokolores da streichen. Ist was? Hier mal eine Frage, wenn es so ein Empfang ist, da, da lungert er immer so, so eine Musikkapelle rum, ne? Zur Begrüßung. Warum die ganze Kapelle? Ist da rausgeschmissenes Geld? Da reicht doch auch ein Mann, der da steht und die Hymne schmettert, oder? Ja. Wie Sie meinten, Herr Ministerpräsident. Im Vertrauen. Wer immer noch Fußbäder nimmt, der will ja auch mal brausen. Was ist mit der Bandscheibe? Nein, ich übe einen Hofknicks für morgen. Muss ich doch, oder? Nee, musst du nicht. Wieso? Na, einer aus dem Rotrichtmilieu hat an meiner Seite nichts zu suchen. Sag mal, ich hab mich wohl gerade verhört, hä? Du hast doch einen Rufi Donnerhall hier, das weißt du doch. Es war Zeit, dass wir nach Hause kommen. Ich habe den Strunzens geraten, an die Ostsee zu fahren. Sie hängen also noch ein paar Tage dran. Dummerweise hat Herr Strunz morgen einen wichtigen Termin auf dem Arbeitsamt. Und, was habe ich damit zu tun? Dein Anzug ist ja ganz zerknittert. Ich finde, du solltest ihn mal wechseln. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Bitte Platz nehmen im Wartobereich. Die Straße. Wird man hier aufgerufen, oder wie geht das? Sie müssen sich dort eine Nummer ziehen. Danke. Achter, Herr Strunz. Setzen Sie sich wieder. Um 10 Uhr war ich hier bestellt. Setzen Sie sich erst mal her. Jetzt ist es 10 nach 12 und ich glaube, hier hat jeder das her. Wer auf sein Recht pocht, der bekommt munde Knöchel, Herr Strunz. Wenn ich meinen Job so erledigen würde, wie Sie. Das Problem ist, Herr Strunz, dass Sie keinen Job haben. Achso. Ich bin ja arbeitslos. Ich habe ja sozusagen keine Arbeit. Ah ja, und das schon seit sehr langer Zeit. Wir sind nun gezwungen, Ihnen eine Arbeit zuzuweisen, die Sie annehmen sollten. Ansonsten müssen wir Ihnen die Arbeitslosenhilfe kürzen. Kürzen? So, so. Und welche Tätigkeit wäre das, wenn ich fragen darf? Ein Hilfsarbeiterposten auf einer Gemeindebaustelle. Ja. Hilfsarbeiter. Ich als Hilfsarbeiter. Mann, Sie haben ja überhaupt gar keine Ahnung, wen Sie vor sich haben. Das weiß ich sehr gut, Herr Strunz. Es tut mir leid. Aber wenn Sie nicht kooperativ sind, dann können wir Ihnen die Zuwendung auch ganz streichen. Und dafür haben Sie mich aus meinem Urlaub her zitiert? Soll ich Ihnen sagen, was das ist? Schikane ist das. Sie werden dafür bezahlt, den Menschen hier zu helfen und nicht um Almosen zu verteilen. Ich habe Ihnen die Gesichter gesehen. Von denen hat das keiner nötig. Keiner. Und glauben Sie nicht, dass ich auf Sie angewiesen bin. Auf Sie nicht, Sie Loch in der Natur. Einer der bedeutendsten Tage in der Geschichte unseres Landes, Herr Ministerpräsident. Schade, dass Ihre Gattin nicht an dem Ereignis teilhaben kann. Naja, das kann sie nicht. Wieder im Kärntner Domizil? Sagen Sie, Delbrück, die Reinigung von dem roten Teppich durchs Köstungsvermögen. Hättest du denn ja auch ein einfacher Vorlegergitter? Naja, sie wird ja nicht gerade aus dem Hochmoor angelatscht kommen. Delbrück, das Akkordeon. Herr Ministerpräsident. Der wird doch nicht. Danke, Herr. Gott, ist das peinlich. Gott, ist das peinlich. Gott, ist das peinlich. Hallo. Willkommen. Thank you very much. Very nice to meet you. You had so wonderful. Thank you very much. Thank you. Sie sagen, vielen Dank. Das weiß ich ja. Schmeckt doch, Herr Minister. Very good. Delicious. Simply delicious. Das ist ja richtig krass. Sag ich doch. Once more, a Hebschen. Of course. Another helping for you. Ja, selbstverständlich. It's called Erbsensuppe in Germany. It's a pea soup and it's called Erbsensuppe in Germany. Erbsensuppe. Erbsensuppe. Suppe. Erbsensuppe. 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 Delicious. Very good. Ich hab dem Mann alle Sympathien versaut. Wie zu Beginn unserer Sendung angekündigt. Ich kann Bürokratenhängste nur mal nicht ausstehen. Damit haben vier Millionen Arbeitslose Tag für Tag zu kämpfen. Aufgrund der Erkrankung des Bundespräsidenten haben die Berliner Protokolle das Programm geändert. Statt Staatsempfang in der Hauptstadt nun also Hausmannskosten. Unser Kron-Saal. Scheint zu funktionieren. Die Chemie stimmt zwischen der Queen und den Ministerpräsidenten. Ihre Majestät amüsieren sich königlich. I remember a joke, a joke. Herr Ministerpräsident, erzähl wieder eins von seinem Töne. A man in the restaurant wortet Austern. To the Kellner. Kellner, do you have... Austern, ja. Also jetzt quatschen Sie doch nicht mal dazwischen. Also Sie versteht doch Englisch. No, said the Kellner. We... We have only... Absern, ja. Absern, ja. We only have peace soup. Absern, ja. We only have peace soup. Absern, ja. Peace soup. Mm. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um neuner meine kleine Liebste sein. Ist es dir recht, ja, dann bleib ich dir treu sogar bis um zehn. Trag mich unter, wir wollen zusammen mal bummen gehen. Und jetzt alle. Auf der Ripperbahn macht zum halb eins. Erika, was willst du denn hier? Nicht böse sein, nicht böse sein, weißt du. Aber das passiert doch nie wieder in meinem Leben. Das musste ich einfach sehen, sonst glaub ich's doch nicht später. Was denn? Mein Erwin und die Queen. Oh, Erwin, weißt du, du bist ein ganz großer Mann. Du bist ein Star. Küss mich. Oh ja, küss mich, wie im Film. Auf der Ripperbahn hat zum halb eins. Denn auch niemals im Klauschen, genau. Einen Träger war nummen Geharr. Es ist ein armer Dicht, der fändlich steht. Mein St. Pauli, St. Pauli, mein Lauf. Auf der Ripperbahn hat zum halb eins. Herr Wien. Herr Wien, Herr Wien. Komm mal. Sind das ihre Beine? Ja! Herr Wien. Ah. Gott save the Queen. Gott syndrome. 政 frau der Ripperbahn hat zum halb eins. ��를 Atm 44-25 minority. Erwin, ist alles in Ordnung? Es ist alles in Ordnung. Das ist ja gut. Ich bin im Skat-Turnier heute Abend. Was denn für ein Skat-Turnier? Habe ich doch gesagt, ein Telefon. Ach ja, stimmt ja. Reiz nicht auf Teufel, komm raus. Na ja, du weißt schon, spiel du vorsichtig. Und dring die neue Kompass-Code. Verstehe. Ja. Du und die Queen. Wenn wir das vergrößern, dann wird eine Tapete draus. Und die kommt dann ins Schlafzimmer hinter unseren Betten. Vielleicht, wenn ich sie gefragt hätte, vielleicht, vielleicht wäre sie sogar mitgekommen. Zu Verhause. Oder? Und ein Gran, Erwin. Da gibt's Kontra. Re. Mach keinen Mist. Wer kommt? Immer der, der fragt. Ja, das stimmt. Das kann der. Und jetzt die Wänze. Und der Nächste. Das war's dann wohl. Hosen runter. Ich spiel's nur bloß. Du hast ja nur auf den Tisch gezogen, Mensch, Herr Erwin. Wenn ich das doch uns die erzähle. Geht mir nichts an, Erwin. Aber das hat Erika nicht verdient. Sie haben eine neue Kompostkube gebraucht. Und das war ich Erwin Strunt schuldig. Danke. Was ist das denn? Nein, nein, nichts, Erika. Erika! Ochi! Du, das hätte ich nie gedacht von Erwin. Wenn du dich bei mir ausfallen willst, jederzeit, ja? Beste war. Mein Erwin. Das ist ein echterer Typ. Der kann Frauen haben. Noch und nachher. Darf ich Sie dezent darauf hinweisen, dass auch Sie in unseren Betten lagen? Jetzt sag doch mal was. Was soll ich denn sagen? Das ist doch irre. Das... Das ist doch wie siamesische Zwillinge. Die sind zusammengewachsen. Wer? Die Zwillinge. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Ich bin die Erika. Haben Sie, äh, hast du vom Arbeitsamt Post bekommen? Saubande. Wieso? Was ist los? Sehen wir uns leider gezwungen, die Arbeitslosenhilfe ab sofort auszusetzen? Nee. Warte. Die streichen jetzt nur noch die Arbeitslosenhilfe. Und nee, was machen wir denn dann? So, was soll ich denn machen? Einen Teilzeitsjob suchen. Oh, Teilzeitsjob, ja. Willst du im Supermarkt die Regale einräumen oder wie? Es gibt doch auch andere Teilzeitsjobs. Welche meinen Sie denn da? Was meinst du denn, Uwe? Ja, natürlich. Und ich finde auch viel lukrativerer. Ich meine, in der Zukunft sollten wir beide uns viel, viel mehr Zeit füreinander nehmen, hm? Und Sie können uns dabei helfen, Herr Strunz. Wieso denn ich? Wieso denn mein Erwin? Jetzt halt dich am Kopf mehr aus. Jetzt fährt der mit einem anderen weg. Ich muss drüber zu Erika. Uschi? Was soll denn das? Die Kühn-AG? Die Eppmann-Akten? Waldorf-Liebrich? Das schaffen Sie schon, Herr Ministerpräsident. Einen Tee? Jasmin. Ja? Es wird wohl nun doch nichts mit heute. Wie ist denn das Wetter bei euch? Hm. Na, dein Grüß, Uschi und Reinhard. Scheiß Job. Noch ein Bier, aber etwas kälter, bitte. Sag mal, weißt du, wie viel Uhr das ist? In einer halben Stunde. Du, da hätte ich die Bullen geholt. So lange kann Friseur ja nun wirklich in die... Siehst du, da war süß aus. Hast du die Brötchen mitgebracht? Ich hab dir eine Zeitung mitgebracht. Ja. Wir wollten heute noch an die Ostsee. Warten. Siehst du da? Hast du was zum Grillen mitgebracht? Konnte ich doch nicht. Wieso nicht? Ist was dazwischen gekommen. Was denn? Erika. Wenn wir noch ein paar Tage hierbleiben, würdet ihr das was ausmachen? Wieso? Na ja, das ist so. Ich bin da an den Job rangekommen. Was? Ganz zufällig. Na ja, es ist mehr so eine Aushilfe. Wir sind doch im Urlaub, Erwin. Na ja, ich weiß. Aber ich bin sicher zwischendurch immer mal weg. So gleitende Arbeitszeit oder so. Weißt du? Was musst du denn da machen? Na ja, so rumtelefonieren. Ach, in einem Amt? Ja, ja, in einem Amt. Und was machen die da so in dem Amt? Na ja, was ich so wegbekommen hab, so... Was würdest du denn da verdienen? Also, wie man so hört, ganz schön. Erwin, ist aber nichts Kriminelles. Kriminelles? Nee, das glaub ich nicht. Hey, guck mal! Das gibt's doch nicht. Was gibt's nicht? Guck mal, guck mal hier. Das gibt's nicht. Das fass ich nicht. Das glaub ich gar nicht. Guck mal, den hier. Den hab ich heute in einem Kreuzworträtsel verbraten. An dem Tisch da. Kann das sein? Das kann nicht sein. Wieso nicht? Weil... der hat Urlaub. Ach so. Was ist denn das für eine Logik? Das ist das für eine Logik. Das ist das für eine Logik. Das ist das für eine Logik. Wenn du zugesagt hast, dann musst du... Erwin? Ja? Sag mal, du hast doch zugesagt, hä? Ich glaube nicht. Du wirst jetzt da hingehen und dich wenigstens abmelden. Und zieh dich ordentlich an. Hm? UNTERTITELUNG Ihre Papiere, bitte. Ausweis. Oh, Herr Ministerpräsident, entschuldigen Sie. Wollen Sie den Ausweis ansehen? Aber ich bitte Sie, Herr Ministerpräsident, dürfen wir Sie zur Staatskanzlei fahren? Nein, nein, danke. Oder Sie eskortieren. Danke. Oder vielleicht. Herr Morg. Morg. Herr Ministerpräsident. Morg. Morg. Darf ich Sie nachher mal kurz kontaktieren? Wenn es denn sein muss? Nach Ihnen, Herr Ministerpräsident. Ah ja. Ja, gut. Ich brauche dringend sämtliche Unterlagen von diesen Spielmannwerken. Ich bedauere, das wird ein bisschen dauern. Wieso? Ich kenne mich doch hier nicht aus. Das ist an sich das Ressort von Frau Blum. Und wer sind Sie? Kundela Sieveking. Ich bin vom Kulturministerium abgestellt worden. Ich vertrete Frau Blum doch nur. Welche Unterlagen sagten Sie, brauchen Sie? Von den Spielmannwerken. Gehst du mal an? Ja, Paschke? Mensch, Erwin. Wo seid ihr denn? Was? Ja, das ist ganz nett hier. Du, Uschi, kannst du mal nachsehen, ob was vom Arbeitsamt da ist? Ich bedauere, der Herr Ministerpräsident spricht. Erwin? Ja, ist was da. Soll ich aufmachen? Ja, ja. Ja, mach auf. Sollst deiner Meldepflicht nachkommen, schreiben die. 20.10 Uhr. Das weiß ich alleine nicht, dass ich da sein muss. Das musst du mir nicht sagen. Grüß, Uschi. Danke, Erwin. Tut mir leid, der Herr Ministerpräsident spricht immer noch. Ja, was ist denn mit den Akten der Spielmannwerke? Ich versuche sie auch schon nicht zu machen. Wunderbar, dass Sie da sind, Herr Ministerpräsident. Ich wollte nur Ihnen. Ja, äh, was denn? Ja, wollen wir das vielleicht in Ihrem Zimmer? Ah ja, äh. Ja, ja, mein Zimmer. Aufgrund der politischen Situation und der Fülle Ihrer terminlichen Verpflichtung habe ich Ihr erscheinbar der Hengstparade abgesagt. Ja, ja, ja. Was für Termine? Ja, die Herren Dr. Kühn und Mackenroth von der Landeszentralbank. Professor Degenhardt vom Industrieverband. Die Fraktionsvorsitzenden der Koalitionspartei. Herr Porschner vom Wirtschaftsministerium. Darf ich fragen, welchem Termin Priorität zukommt, Herr Ministerpräsident? Ja, 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 da, da würde ich mal sagen. Ja, 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 da würde ich mal was mit Pferden. Bitte? Mit Pferden, so, so eine Parade. Die Hengstparade? Ja. 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 Ja, wollen Sie darauf bestehen, Herr Ministerpräsident? Ja, bitte. Die Spielmann-Akten, Herr Ministerpräsident. Danke, Frau Kieselfink. Sie wirklich. Turschko Kavo, Herr Achimsen? Nein, Kaffee. Aber ich nehme einen. Es war sehr gut, Carla. Danke. Der Absturz der Spielmann-Werke. Bitte. Es kann eine Lawine auslösen. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen, auch von einer Lawine nicht. Dass der Ministerpräsident mal anders heißen könnte als Achimsen, das scheint dir nicht einzufallen, oder? Ohne mich läuft nichts. Gar nichts. Und das ist Fakt. Das kann ich dein Ernst sein, Uwe. Das, also, so arrogant kannst du doch überhaupt nicht sein. Hallo? Hallo, ich bin's. Heike. Ah, hallo Süße. Sag mal, ich kann doch bei euch in der Villa eine Party machen. Ist doch okay, oder? Ich meine, die Hütte steht doch sowieso leer. Nee. Nee, mir reicht das Chaos noch vom letzten Mal. Was ist? Das Kind lässt fragen, ob es mal wieder unser Haus verwüsten darf. Hallo, Kleines. Hi, Papst. Was geht's? Wie geht's? Ganz gut. Was macht die Liebe? Ja, wenn ich eine Party feiern könnte, dann... Natürlich könnt ihr bei uns feiern. Ich vermisse dich. Danke. Ich dich auch. Ja, ich hab sie rumgekriegt. Und wer baut hinterher die Hütte wieder auf? Ich würde auch gern mal wieder diese Art der Zärtlichkeit in deiner Stimme hören. Mir gegenüber. Wo ist das alles geblieben, Uwe? Das ist doch gar nicht so lange her. Was? Dass wir uns abgeknutscht haben. Kleine Kinder. Vielleicht haben wir politisches Verständnis mit Liebe verwechselt. Ist das hier eine Kommandozentrale von den Grünen? Guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie neu hier? Neuenfels. Sie, Wiking. Bin die Vertretung. Moment, Sie können doch nicht einfach sein. Herr Minister Neuenfels sollte Sie vertreten. Was machen Sie denn hier? Das frage ich mich auch. Verzeihung, Herr Ministerpräsident. Entschuldigen Sie. Ich konnte ja nicht wissen. Ich dachte, Sie wären im Urlaub. Ach ja. Richtig. Da kann ich ja gehen. Ihr Wagen wäre soweit, Herr Ministerpräsident. So. Sollen Sie mal... Kennen Sie die Spielmann-Werke? Natürlich, ja. Ich meine, waren Sie schon mal da? Da? Nein. Dumme Sache, das. Dumme Sache. Haben Sie eine Ahnung, um was es da geht? Nein, haben Sie nicht. Waren Sie schon mal arbeitslos? Wie bitte, Herr Ministerpräsident? Haben Sie verstanden, was er damit gemeint haben könnte? Liebe Zuschauer, nach den dritten Rennen findet vor der großen Tribüne unter Anwesenheit unseres Herrn Ministerpräsidenten die große Ex-Paradestand. Na? Zufrieden, Herr Ministerpräsident? Koteletts vom Heidschnuckenlamm? Deutsches Spanferkel, kalter Fasan, Birne, Helene? Kaviar, russischer Kaviar und diesen Krabbensalat. Den müssen Sie unbedingt probieren, Herr... Was kostet denn das? Was hat denn das alles gekostet, frage ich? Na ja, wir haben unseren Etat, Herr Ministerpräsident, der Veranstaltung angemessen. So, der Veranstaltung angemessen. Aber das geht doch alles auf Kosten der Steuerzahler. Vier Millionen Arbeitslose, aber hier biegen sich die Tische. Ich will den Firlefanz da nicht mehr sehen. Nirgends mehr. In Zukunft nur noch... Erbsensuppe. Na? Haben Sie mich verstanden? Wie Sie meinen, Herr Ministerpräsident. Na gut, meinetwegen noch ein paar Quarsch dazu. Wer sich da vorne auf Staatskosten durchgefressen hat, kennen Sie die Leute? Nicht alle. Einige Staatssekretäre waren dabei. Staatssekretäre, ja. Was machen die denn überhaupt? Also ich sehe die immer nur bei Kranzniederlegungen hier Schleifchen gerade rücken oder Bäumchen pflanzen. Schlechten Tag erwischt der Ministerpräsident, was? So, Sie sind da. Wo? Vor Ihrer Villa oder wollten Sie noch zur Staatskanzlei? Nein, nein, nein. Herr Ministerpräsident? Oh, nein. Debbie. Oh, nein. Ah, nein. Ah, nein. Die wird fastatamente. Alles in Ordnung, Herr Ministerpräsident? Ja, ja, es ist alles in Ordnung. Ist das der Herr Ministerpräsident? Ja. Ich weiß auch nicht, was heute mit ihm los ist. Ich schon. Schlüsse vergessen, Herr Ministerpräsident? Ja, äh. Kein Problem. Herr Ministerpräsident, schönen Feierabend. Jans, und einen schönen Feierabend. Erika, ich bin's. Mach doch auf. Sag mal, bist du wahnsinnig? Ich werde dir noch als verrückt fragen. Bist du verrückt geworden? Wo warst du denn? Erika, ich muss dir was sagen. Keine Polizei, Herr Lehm. Gestern nicht, ich bin in sowas reingerutscht. Du Bildverrufle. Und kein Bild. Weil es war, da kamen Tomaten angeflogen. Oh, was für Tomaten? Also, das ist so. Ich bin Ministerpräsident. Oh, mein Erwin. Das ist doch keine Schande. In unserer Lage, da muss man nur nehmen, was kommt. Was hast du eben gesagt? Ich bin Ministerpräsident. Kaffee. Ich fass es nicht. Wenn wir das Reinhard und Uschi erzählen, die glauben doch, wir haben einen an der Waffel. Erika, sei vorsichtig, hier ist glatt. Hallo, hallo, hallo. Da ist der Polizei dran, bis der du wahnsinnig ist. Aber toll haben die es hier. Erika. Oh. Geh runter. Schau mal, schau mal. Da kann man vom Sofa aus die Sterne angucken. Da, da will ich auch hin. Erika, nichts anrühren. Erika, du rührst nichts an. Das ist toll. Warte. Nein, Erwin, guck mal. Guck mal, eine Wanne mit Rundgang und eine Munddusche. Oh, guck mal, ein Parfum. Erika, du rührst hier nicht an. Alles da, alles da. Feine Seife, Badeöle. Ist das hier die Villa des Ministerpräsidenten? Ja. Na also. Erika, das geht doch nicht. Dann wird seine süße, kleine Frau, ihr Mann, doch ein Bad einlassen können. Liebling, du hast dich ja einen schweren Tag gehabt. Mh. Mh. Erika. Hm? Ich hab mit Reinhard telefoniert. Na und? Alles in Ordnung. Das Arbeitsamt macht Terror. Ich soll mich am 20. melden. Oh, das ist ja schon nächste Woche. Oh, da schau mal. Rum vom Feinsten. Du rührst ja nicht an. Oh, da wird ja irgendwo noch eine Cola sein. Oh, nee. Zieh sofort den Bordermantel aus. Er gehört ja nicht. Ich bin die Frau vom Ministerpräsidenten. Bist du nicht. Und überhaupt alles, was hier gesoffen wird, das wird alles wieder hingestellt. Oh, hör auf. Mensch. Mensch, Erwin. Wenn jetzt der Bundeskanzler zu Besuch geht, ich mein, das könnte sein, dann, dann würde ich ihm ein Wiener Schnitzel machen. Das kann nicht sein. Wieso nicht? Mögt ihr euch nicht mehr? Wir haben es noch nie gemacht, weil ich hab ihn noch nie gesehen. Das ist aber schade. Wieso nicht? Oh, ich wär hier noch wahnsinnig. Du, du, das ist alles eine Nummer zu groß für uns. Jetzt hol mir ein Handtuch rüber. Mensch, Amtsanmaßung, Betrug, Hausfriedensbruch. Und wir stehen doch mit einem Bein schon im Knast. Wir? Ich hör immer wir. Wer säuft denn hier Cola mit rum, wir Weltmeister? Du, das ist Mundraub. Am besten wir verschwinden in unseren Campingwagen und dann ab in Richtung Ostsee. Beim Campingwagen ist das Dach kaputt und hier ist schön trocken, richtig knuffig. Ich geh mich mal umziehen. Wo willst du hin? Oh, Bingo. Nadelstreifen. Der müsste dir eigentlich passen. Zieh mal an. Nee. Wieso nicht? Das heißt immer, wieso nicht, so. Wieso nicht? Wenn du seinen Job machst, dann kannst du auch seine Anzüge anziehen. Sag mal, sagen die wirklich Herr Ministerpräsident zu dir? Ja. Ich muss das hören. Jetzt und gleich. Hier und jetzt. Die haben doch bestimmt irgendwo eine Stammkneipe hier. Ich brauch auch was. Oh. Oh, nee. Wieso nicht? Erika, ich weiß nicht. Also, ich will da jetzt rein. Ich weiß nicht. Oh, danke. Komm. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Guten Abend. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Guten Abend. Wie immer? Bourbon auf Eis? Ja. Für mich ein Cola mit Rum. Ja, und Herr Ministerpräsident. Na, Ben? Nicht ein Haken, Erika. Wie soll denn? Ich glaube, das ist nicht gut. Sagen Sie, könnten Sie eine andere Musik machen? So mehr zum Tanzen. Sertaki, ja? Ja, Herr Ministerpräsident. Ein Rum mit Strohhalm, bitte. Mhm. Mhm. Sieht so süß aus. So süß aus. Sieht so langsam. Herr Ministerpräsident, eine Staatskanzlei. Der muss ja noch so viel arbeiten, der Herr Ministerpräsident. Oh, vielen Dank, Herr Oberst. Hups. Das ist ja ein Ding. Und wo war das? Kannten Sie die Dame? Ob seine Frau wohl davon weiß? Dieser Hurenbock macht mir das Leben zur Hölle, wegen der Spielmann-Krise. Bormann, hier ist Neuenfels. Es handelt sich um eine etwas delikate Angelegenheit. Beziehen Sie doch mal Stellung vor der Villa des Ministerpräsidenten. Natürlich unauffällig. Alles Ablicht, nur was Ihnen vor die Linse kommt. Ja, auch nachts. Oh, pardon, Herr Ministerpräsident. Herr Ministerpräsident? Wie? Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Ich wusste ja nicht, dass Sie schon da sind. Die Posten, die Pressemappe. Verlegen Sie die Sache rüber auf den Schreibtisch. Warten Sie. Ich brauche noch ein paar Akten. Dann gehen Sie rüber ins Archiv. Das ist an sich Aufgabe des Hausboten, Herr Ministerpräsident. Sonst mache ich hier wohl nicht richtig. Ich war für die Etats der Goethe-Institute zuständig. Für die Verbreitung deutschen Kulturgutes im Ausland, die Sprache Hölder-Dienst Lessings. Hier muss ich ständig Akten hin und her schleppen. Für was wird in diesem Laden überhaupt jemand bezahlt? Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Die Herren sind gleich da. Was sind jetzt für Herren? Zum Teil muss ich Sie aus dem Urlaub einberufen. Warum das? Ja, sonderlich erfreut war darüber niemand. Die Kabinettssitzung. Die... Die... Sondersitzung des Kabinetts in der Staatskanzlei, Krisenstimmung im Lande. Der Ministerpräsident selber seit Tagen für die Presse nicht zu sprechen, holt seine Minister aus dem Urlaub. Die Spielmann-Krise könnte durchaus das Ende dieser Koalition bedeuten, die durch die Dauerwirtschaftskrise angeschlagen ist. Was sich der Alte dabei gedacht hat? Hoffentlich hat Achimsen eine Idee. Nicht aus dem Urlaub, Holger. Aber es war doch Ihre Anordnung, Herr Ministerpräsident. Echt? Ist ja irre. Also bitte, Herr Ministerpräsident. Die Menschen da draußen erwarten, dass sie jetzt die geeigneten Maßnahmen ergreifen. Gut. Ich komme runter. Wieso runter? Ja, da... Daneben rauf. Kabinettssitzung, was ist denn das? Das weiß ich doch auch nicht. Was soll ich denn machen? Du hörst einfach zu, was die anderen so reden. Aber ich werde was sagen müssen. Erwin, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist. Ich meine, wenn es so Ärger gibt im Schrebergarten mit dem Müll oder sowas. Und sich alle so richtig anschreien. Denk mal nach. Was machst du dann immer? Genau. Herr Ministerpräsident. Ah, ja. Danke, Uwe. Sag mal, Uwe. Du kannst einem ja den ganzen Urlaub vermiesen. Danke. Wie geht's denn immer so? Und gut, Uwe, ungut. Das hätte in der europäischen Rechtsgeschichte einen einmaligen Vorgang bedeutet. Nicht auszudenken, was Berlin oder Brüssel dazu sagen würden. Ich finde, und mit dieser Meinung stehe ich sicherlich nicht allein, dass wir prüfen sollten, ob wir gewissermaßen ein Gutachten haben. Was denn für ein Gutachten? Das lohnt nicht bei diesem Vrack. Das lohnt nicht bei diesem Vrack. Vrack? Habe ich Vrack gehört, Herr Kollege? Ja, das haben Sie, Herr Kollege. Aber bitte, meine Herren, 600 Millionen Subventionsgelder liegen sozusagen auf Halde. Könnten wir nicht... Sie sind von der EU gesperrt. Ihre Bedenken haben einen ganz anderen Hintergrund. Was für ein Hintergrund. Willen Sie doch nicht den Unschuldigen? Sie sind politisch mausetot. Von Ihrer Frau, Sie wüssten schon... Also wollen Sie sich bei Ihrem Freunden, in Brüssel, es nicht verwerben, weil die dort einen Sessel für Sie wahren haben. Sie sind in den populistischen Kreuzzügen gegen die EU-Kommission. Da können Sie sich wüssten, weil Sie in der EU-Kommission... Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Ihr müsst verzeih'n. Sie können ja Akkordeon spielen, Herr Ministerpräsident, das wusste ich ja gar nicht. Ich spiele oft in letzter Zeit, immer wenn ich nicht weiter weiß. Uns Geld nicht reicht. Und wir auf Sonderangebote angewiesen sind. Aus dem Supermarkt. Dann gehe ich in meinen Garten und dann spiele ich wie ein bisschen Akkordeon. Das war eine schöne Sitzung, Uwe. Wirklich. Hat sich gelohnt, aus dem Urlaub zu kommen. Danke. Naja, ich weiß. War saukomisch. Ja. Was ist denn nun mit den Spielmann-Werken? Vergiss es, Uwe. Je schneller die Kuh vom Eis ist, desto besser. Großheide. Hm. 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 Erika! Erika! Alles in Ordnung? Okay. Ja, ja. Genau derselbe Schrebergarten-Zirkus wie bei uns. Zeig doch. Ich hab noch Spaghetti gefunden. Lass die Spaghetti zu. Die gehören nicht uns. Sollen wir verhungern? Hier, Tomaten. Hm. Sag mal, die, die 1000 Euro von, von Tante Hilde. Was kann denn die machen, wenn die merkt, dass wir ihr Konto gepunktet haben? Sauer wird sie sein. Mehr nicht. Wieso kommst du denn da grad jetzt drauf? Ach, nur, nur so. Du, ich muss um 10 Uhr auf dem Arbeitsamt sein, am 20. Muss ich das melden, hier mit der Aushilfe? Bist du wahnsinnig? Die schicken dich doch gleich in die Psychiatrie. Und Reinhard und Uschi erzählen wir auch nichts von. Sag mal, Mensch, die waren doch gestern noch zu. Ach, die Papralinen, jetzt kack dir doch nicht gleich in die Hosen. Bevor wir hier rausgehen, wasch ich alles ab und mach's picobello. Ja, nur koch, koch. Sieht irgendwie toll aus, irgendwie klasse. Wieso sieht denn die toll aus? Hm? Wieso die toll aussieht, möcht' ich mal wissen. Ja. Ist doch bloß so ne aufgedollerte Promikuh. Toll, ja. Toll sieht die aus. Lange, durre Zicker, ist ja so toll aus, nicht? Ja. Ach, sie toll. Tolle Frau. Oh, Kerle. Können so die Laune vermiesen. Was denn los? Was die kann, kann ich schon lange. Mach dich das an. Das ist so wichtig. Ich kenne die Hammer. Ich kenne dich das an. Das war's für heute. Ich habe Jason Unten aufgetan und mit mir geguckt. Was ist denn das? Schließ doch mal die Tür ab. Was ist denn die Tür? Da macht das Licht aus. Ich hab Angst. Getränke ist in den Hühlschrank. Kerzen hier oben. CD ist da und Prübenchips und so weiter. Heike, habt ihr nicht noch irgendwas Hattes zu trinken? Schnaps oder so? Na bestimmt. Okay. Papa! Was machst denn du hier? Kann ich das? Kannst du das? Ich glaub's nicht. Was seh ich denn da? Wo warst denn die aufgerissen? Was, was Männer manchmal so stehen, ist schon komisch. Wie, was soll denn das jetzt heißen? Ach so, verstehe. Autostrich. Also Papa, das hast du doch wirklich nicht nötig. Sag doch mal was. Ja, was ich wüsste auch. Ach so. Ach so. Arbeiten Sie wenigstens mit Gummis? Ich mag die einen an der Waffel oder was? Die von der Presse sind doch nicht ganz dicht. Die von der Presse sind doch nicht ganz dicht. Hier ist dein Whisky und was ist denn los? Verlaub. Kannst du dich nicht entspannen? Jeden Tag diese vielen Zeitungen. Schau, die Sonne scheint. 04932. Uwe, bitte. Schau mich doch mal an. Wie? Komm mit auf den Berg. Was? Hallo? 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 Halt es so, geht das doch nicht! Bitte, Ministerpräsident, durch die Menge durch, bitte. Lassen Sie sich leider nicht vermeiden. Hallo? 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 Stopp. Dann lassen Sie uns nicht um Gefahren hier in Ihrem Kindbau? Geh nach Hause! Verschwinde! Jetzt aber nicht schliegen auftun. Nur die nächste Beure. Das dritte! Es wird ein hartes Stück Arbeit, Herr Ministerpräsident. Geh nach Hause! Hier Ihre Rede, Herr Ministerpräsident. Geh nach Hause! Verwinde! Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter. Liebe Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterschaft der Spielmannwerke, wir machen eine schwere Zeit durch. Hör doch mal auf mit dem Umgeheirer! Armleuchter! Hast du Geheirer gesagt? Ja! Ja, recht hat er. Richtig. Gut dann. Da wollen wir mal tacheles reden. Dritte mal Zeit! Dritte mal Zeit. Die Wahrheit ist, nicht in einem Monat, nicht in einem Jahr, jetzt werden die Millionen für das Werk gebraucht. Und eine andere Wahrheit ist die, jeder einzelne Arbeitslose hatte eine Familie, Freunde, Bekannte, alles lief, Friede, Freude, Eierkuchen zu, solange er seine Arbeit hatte. Du weißt euch genau! Aber wenn sie dann nicht mehr da ist, und wenn man dann vor einem Tag steht, vor einem Tag, der nicht enden will, und wenn man rumsitzt zu Hause und die Wände anklotzt und wenn es vielleicht auch noch regnet und geht über kurzer lang hier drin was, was kaputt, Würde geht kaputt und stolz, wenn man nicht mehr traut, seiner Frau in die Augen zu gucken, man kommt sich klein vor, klein wie eine Laus, wenn man sich verkriechen will, irgendwo hin. Und damit sich keiner von euch verkriechen muss, niemand und jeder einzelne von euch weiter gebraucht wird, die Millionen werden flüssig gemacht, so wahr ich hier stehe. Gebo, Gebo! 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 Wieso steht denn heute wieder alles voller Autos? Tschüss. Schönen Tag noch, Herr Ministerpräsident. Tag. Guten Tag, Herr Ministerpräsident. Ist das mit Ihnen nicht in Ordnung? Nein, nein, es ist nur das mit den Spielmannwerken, das haben Sie gut gemacht. Danke. Herr Minister Neunfeld, es wartet drin auf Sie. Geht in Ordnung. Herr Ministerpräsident. Ja. Ein Bier? Ziemlich kalt? Nein, ein Tee. Guten Morgen. So einen phänomenalen Erfolg. Meinen herzlichen Glückwunsch, Herr Ministerpräsident. Glänzender Schachzug. Schachzug? Wie meint Sie das? Aber die Überweisung der Landesmittel an Spielmann trotz Veto aus Brüssel, das ist nicht Ihr Ernst. Herr Ministerpräsident, oder? Doch. Treten Sie der Landesbank in den Arsch? Schreiben Sie eine Überweisung? Oder holen Sie die Kröten aus dem Sparstrom? Bei allem Respekt, Herr Ministerpräsident. Dafür würde ich ungern die politische Verantwortung übernehmen. Aber da Sie ja nun selbst wieder im Lande sind. Sind Sie da ganz sicher? Wie meinen? Dass ich wieder im Lande bin. Lieben Sie Stiefmütterchen? Für Rentner, Pensionäre und Minister im Ruhestand die ideale Freizeitbeschäftigung. Nehmen Sie Lukanda. Das ist eine dankbare Sorte. Ihr braucht viel Humus, viel Sonne und viel, viel Zeit. Aber die haben Sie ja jetzt. Noch ein ganz heißer Tipp. Meerschweinchen. Wie Tee, Herr Ministerpräsident. Da war es gegen Meerschweinchen? Oh, Entschuldigung. Ja? Heikelein. Wie war die Party? Nein, Papa ist dienstlich verreist. Mama, also irgendwas machst du total falsch. Muss doch einen Grund haben, dass Papa andere Frauen anbaggert. Wie bitte? Na ja, wenn es dich beruhigt. Glücklich sah er jedenfalls nicht aus. Jetzt hat mir eher ein bisschen leid. Wie, wo? Wo bist du ihm denn begegnet? In der Villa. Carla? Hm? Könnten Sie sich vorstellen, dass mein Mann... Ja? Hallo? 15.20 Uhr? Sehr gut. Ist denn da noch ein Platz frei? Können Sie den für mich reservieren? Und hier noch eine ganz aktuelle Meldung aus dem Bundespräsidialamt. Der Bundespräsident hat aus gesundheitlichen Gründen alle Termine für die nächsten Tage abgesagt. Geh ich mal rein. Ja, Paschke? Oggi? Der Erwin hier, ja. Du, ich wollte nur sagen, dass wir am Sonntag kommen. Kannst du mal zu uns rüber gehen, mal durchlüften? Ja, kann sich auf uns verlassen. War, Reinhard? Geh mal. Du wart mal, Erwin. Der Reinhard will dich noch, ja? Erwin, gut, dass du kommst. Übermorgen wieder Preis gehalt gegen die Typen von Säuregurken und Waldfrieden. Diesmal müssen wir uns über den Tisch ziehen und du musst ran. Wieso denn ich? Manche, ihr wisst ja ganz genau, dass ich im Skott in Nieder bin. Hilft nichts. Bist ausgelost worden. Kann ich Schreibtisch machen? Ja, 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 ja. Ah, nichts Zigaretten mehr. Nicht rauchen? Gut. Kein Kaffee. Jasmin, sehr gut für Gesundheit. Dankeschön. Dankeschön, Herr Ministerpräsident, für die Hilfe. Mein Mann hat Arbeit behalten. Dankeschön. Danke. Halten Sie bitte. Hier, der Stimmtsall. Um Missverständnisse zu vermeiden. Ich bin Heide Achimsen. Angenehm. Seit wann residieren Sie hier? Fünf Tage. Ich weiß ja nicht, wer Sie sind. Aber Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes weismachen, dass Sie ohne große Probleme hinter dem Schreibtisch des Ministerpräsidenten sitzen. Und zwar seit fast einer Woche. Doch. Aber Probleme gehabt schon. Hier malen alle nur rum. Und wer ist das? Das ist Erika. Wer zum Teufel ist Erika? Meine Frau. Oh, pardon. Es macht nichts. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das meine Unterwäsche. Es tut mir leid. Entschuldigen Sie. Und Sie stecken ja in dem Anzug meines Mannes. Das ist schon alles sehr merkwürdig. Finden Sie das nicht? Ihre Villa. Also, wenn Sie da wieder einziehen, Sie merken nichts, dass da jemand gewohnt hat. Wir sind ziemlich sauber, Erika und ich. Ah. Das beruhigt mich jetzt aber kolossal. Gestatten Sie, dass ich mich setze? Bitte, selbstverständlich. Sie haben eine Rede gehalten, gestern. Ja, bei den Spielmannwerken. Ja, und? Was haben Sie den Leuten so erzählt? So viel war das gar nicht. Ich habe nur dafür gesorgt, dass die Millionen rüberkommen. Die lagen hier nur rum, da nützen sie ja niemanden. Moment mal, Moment. Sie haben die Landesmittel ohne Zustimmung von Brüssel auf die Konten der Spielmannwerke transferiert. Ist doch nicht falsch, oder? Also, mit den 1000 Euro von Tante Hilde haben wir das genauso gemacht. Ja, weil Sie müssten doch Unterschriften leisten. Ja, heute Morgen. Ja, im Beisein des Aufsichtsrats und des Vorstands der Landesbank. Da haben Sie gesessen. Wo Sie jetzt sitzen, der große Dicke. Genau, Dr. Kühn. Und haben die denn gar nichts beanstandet, die Herren? Haben die gar nicht protestiert? Champagner wollten die. Aber nicht mit mir. Also, mit mir nicht. Ist was? Trinken Sie mit mir ein Glas Wein? Warum soll ich mit Ihnen was trinken? Wer sind Sie eigentlich? Strunz. Erwin. Strunz. Strunz. Sind die erbittert geführten Diskussionen um die prekäre Lage der Spielmannwerke erstmal auf Eis gelegt und auf den Herbst vertagt worden? Das Kabinett ist im Urlaub der Wirtschaftsminister in der Provence. Unser Ministerpräsident wie immer in Kärnten. Alle zieht's in den Süden. Arbeitslose in den Norden? An der Ostsee ist doch am schönsten. Hat der Honecker auch schon gesagt. Ach bitte. Ach bitte. Erwin, du siehst schlimm aus. Ja. Es juckt immer so. Wer's juckt, der soll sich kratzen. Das war's juckt, der soll sich kratzen. Das war's juckt, der soll sich kratzen. Guten Tag, Herr Ministerpräsident. Guten Tag, Herr Vorsitzender. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es dir? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Danke. Guck mal! Guck mal! Gordon, gucken wir mal auf den Freistoß auf diese schöne Wumme von Sebastian Henge. Jabatsch vom Henge. Heinrich. Für Dynamo? Ja. Freude ich doch, da dein Verein. Warum freust du dich nicht? Erwin! Was ist denn? Hast du dich abgemeldet? Abgemeldet? Beim Arbeitsamt. Jetzt sag bloß nein. Nö. Ich versteh dich nicht, Erwin. Die sind brutal. Du musst doch immer erreichbar sein für die, das weißt du doch. Erreichbar, erreichbar. Vor vier Jahren erreichbar. Was? Weißt du mal ein Bier? Wie weit ist denn da, Mr. Osti? 250 Kilometer. Das packen wir morgen. Holst du frische Semmeln? Morgen? Misch halt in die Stadt reinfahren. Wird ja wohl irgendwo ein Bäcker sein. Vielleicht auch irgendwo ein Frisur. Wir sollten mal nach Pompeji runterfahren. Was sollten wir in Pompeji? Heroinen ansehen. Es gibt dort wunderschön bemalte, zum Teil farbige Ruinen. Die Ähnlichkeit mit unserer Ehe würde dich verblüffen. Was schlägst du vor? Soll ich meinen Job an den Nagel hängen? Ministerpräsident geworden? Ziel erreicht und aus? Auf der Höhe seiner Machtbesessenheit ließ Nero Rom in Flammen untergehen. Erstens war der Mann nicht ganz dicht und zweitens, soweit ich mich erinnere, steht unsere Staatskanzlei noch. Ich würde das Hemd anlassen. Draußen wimmelt es von Mücken. Mich sticht niemand. Ich bin immun. Gegen alles. Oh nein. Oh nein. Guten Tag. Guten Morgen. Dankeschön. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Hier die Haare eben. Ein bisschen kürzer. Vielleicht auch ordentlicher. Bringen Sie das auch? Ich denke schon. Na ja. Na dann wollen wir mal. Nein. Nein. Was? Was bin ich Ihnen schuldig? 22. 22. Und das hier, das ist für Sie, ja? Bitte schön. Na danke. Wiedersehen. 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 Schönen Tag noch. Oh nein. Okay. Könnte ich bitte, könnte ich bitte ein Autogramm haben? Wie bitte? Entschuldigung, könnte ich jetzt bitte mein Autogramm haben? Wie viel verdienst du denn so im Monat? Zehntausend? Na sag doch mal. Hey, nun bleib doch mal stehen. Oder 20. Hä? Hast du schon mal drüber nachgedacht, deine Kohle mit Arbeitslosen zu teilen? Oder gibst du dir die ganze Kohle zum Schampelsappen aus? Hä? Sag doch mal, Alter. Bleib doch mal stehen. Wollte nur mal mit dir reden. Du bleib doch mal stehen. Hey, hey. So ein Arsch wie du ohne Bodyguard. Ist echt ein riesen Fehler. Heute ist unser Volk ein bisschen angesagt. Morgen, Herr Ministerpräsident. Wie? Na geh schon rein. Los geh. Oder willst du heute blau machen? Mein Herr, ich muss Sie bitten, Sie können inschein. Wir haben den Dienstausweis. Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Morgen. Was ist denn da passiert? Oh, also bitte, ja. Darf ich mal? Bitte. Ich hol was her. Morgen, Herr Ministerpräsident. Schon wieder zurück? Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. 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 Gewissermaßen ja. Entschuldigen Sie, Herr Ministerpräsident, etwas überraschend Ihre Erscheinung. Ihre Erscheinung meine ich. Es tut mir leid, es ist noch nicht aufgeräumt. Die Putzfrau, sie ist total überfordert. Aber ich schicke Sie gleich rein. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Herr Ministerpräsident? Einen Kaffee vielleicht? Was? Was? Ob Sie einen Kaffee möchten? Äh, Kaffee, nein. Nein. Wenn Sie vielleicht ein Bier? Da muss ich nachsehen. Polizei, Notrufzentrale. Herr Staatskanzler, ja bitte, Herr Ministerpräsident. Entwankt Staatskanzler, ja bitte. Bezugweil, ich habe Sie gesagt. Oh je. Was? Oh nein. Helmut, komm! Staatskanzlei, da stimmt was nicht. Moment, Moment. Danke. Ministerpräsident, Katastrophe. Ihr Arbeitszimmer nicht gemacht. Aber alle sagen, Sie sind im Urlaub. Aber warten ein bisschen, gleich fertig. So. Kann weg oder aufregen. Also weg. So, rauchen zu viel, Herr Ministerpräsident. Viel zu viel. Nein. Aha. Trinken Bier jetzt, ja? Nicht gut. Zigaretten, Bier, Kaffee, auch nicht gut. Wir müssen trinken. Tee, Milch, Mineral. Also, Herr Ministerpräsident, was wird mit Spielmannwerke? In geschlossen, große Probleme. Mann, arbeitslos. Bitte machen Platz, Herr Ministerpräsident. Ich nur Putzfrau, aber immer gedacht, wie kann Ministerpräsident fahren in Urlaub, wenn Spielmann kaputt? So viele Menschen, so viele Probleme, werden hier gebraucht, Herr Ministerpräsident. Was haben Sie jetzt gesagt? Werden gebraucht. Herr Ministerpräsident, Herr Delbrück. Willkommen daheim, Herr Ministerpräsident. Kann ich davon ausgehen, dass Sie eine Kabinettssitzung einrufen wollen? Herr Ministerpräsident? Ja. Ich müsste die Herren allerdings aus dem Urlaub zusammentrommeln. Warum? Der Spielmann-Krise wegen, denke ich. Nein. Also, keine Krisensitzung? Alles in Ordnung, Herr Ministerpräsident? Ja. Ja, gut. Herr Ministerpräsident. Ja. Nein, dann wieder ja. Also ja. Ich habe ja nichts angerührt. Den Notruf, Herr Ministerpräsident. Den Notruf. Ein Versehen vermutlich. Kann ja mal vorkommen. Ja, ja. Ich habe ja nichts getrunken. Mama. Herr Ministerpräsident? Die Pressemappe? Die Pressemitte Den Ärger, den Achimsen mit der EU in Berlin bekommt. Ich möchte den nicht haben Zivilcourage, Herr Kollege Herr Delpren, guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe gut Ich danke Ihnen. Und Ihnen? Wunderbar Herr Ministerpräsident? Komm, Uffchen Guten Abend, Herr Ministerpräsident Guten Abend, gnädige Frau Guten Abend, Herr Ministerpräsident Bögen auf Eis? Nein, wir nehmen Rotwein. Zwei Rotwein bitte Wenn ich Sie abknutschen soll, kein Problem Danke, ich werde es Ihnen dann sagen Guten Abend, Herr Ministerpräsident Zum Wohl Zum Wohl Herr Ministerpräsident Herr Ministerpräsident Heute schon nach Hause zu fahren, ist ausgemachter Unsinn Aber ich muss auf dem Arbeitsamt sein am Montag Ach, keine Sorge, das regeln wir schon Übermorgen beginnt die Ostseewoche Und Sie sind der Ehrengast, Herr Ministerpräsident Nee, wirklich nicht Das, das muss ich nicht haben Wo ist denn mein Schlipper? Die teilst auf deiner Seite Ja So, Südwester Ölzeug, Gummistiefel, alles da, ich denke es müsste passen Was soll denn das jetzt? Ich denke, es ist doch in unser aller Interesse, den Paparazzis keine Chance mehr zu geben, oder? Erika, das ist Frau Achimsen, Frau Achimsen, das ist Frau Strunz Heide Erika Ja Angenehm Herr Achimsen Herr Achimsen Frühstück? Ihre Frau Heide, wo bist du? Unterwegs, warum bist denn du noch nicht rasiert? Wann kommst du? Du, ich hatte eine entsetzliche Nacht hinter mir Ich finde, wir sollten ein bisschen Zeit verstreichen lassen, wir sollten ein bisschen Abstand gewinnen Du kommst also nicht? Ich zieh mich einige Zeit dorthin zurück, wo das Leben noch gestreichelt wird Darf man fragen, wo dieser Kontinent liegt? Ach, weit weg von dir Ich komm hin Ach Uwe, lass doch ein bisschen Zeit verstreichen Ich komm hin Ist das gestreichelte Leben wenigstens ausgeschildert? Hier ist Licht Wieso siehst du hier so glücklich aus? Ich sehe da nicht glücklich aus Du quetschst ihre Brust und siehst glücklich aus Ach, jetzt hab ich die Nase endgültig voll Sag mal, du kommst doch wohl schon vor wie die deutsche Nachfolge von der Hillary Clinton, hm? Komm hier, komm, komm, Schluss aus und vorbei Menschens geht da draußen, ist hellig der Tag und ich latsche hier im Dunkel wie ein Krappenfischer durch die Wohnung Ministerpräsident, ist doch vielleicht das Scheißspiel, ja Komm, wir fahren heim Hast du die Ränder in der Bordewanne weggeputzt? Wieso ich? Telefon! Und du gehst nicht ran Wo ist das denn? Hallo? Frau Rachimsen, hier Bundespräsidialamt, Staatssekretär Schneider, kann ich Ihren Mann sprechen? Ich glaub, da ist der Bundespräsident dran Wer? Der Bundespräsident Was will denn dir? Wiss ich doch nicht Moment, ich verbünde Ja? Hier Staatssekretär Schneider, Sie müssen ran, Achimsen, tut mir leid Der Bundespräsident ist krank, werden Sie ja wohl gehört haben inzwischen Die Ländler hat den Vorsitz im Bundesrat, also sind Sie erster Mann im Staate Und, 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 und wo muss ich ran? Die Queen kommt, mit Ihrem Charme, Achimsen, Sie machen das schon Und unbedingt Komplimente über den Hut der alten Dame, was auch immer für einen Sie aufgestülpt haben, Marc Was denn jetzt? Also, irgendwas stimmt hier nicht, Reinhard, das sag ich dir, du, das sag ich dir Ach, du nur wieder, was soll denn hier nicht stimmen? Wieso ist Erwin heute Nacht allein gekommen? Wieso in diesem Auto? Warum nicht im Campingwagen? Und wo ist meine kleine Erika? Und was soll denn das hier noch? Wo kommen die überhaupt her? Irgendwo von woanders, wo waren die überhaupt? Wenn die die Autos geklaut haben Wer ist der Mann? Erwin Strunz War über 20 Jahre lang Werkzeugmacher in den Sachsenwerken Seit vier Jahren arbeitslos Wie ist der an die Staatskanzlei gekommen? Durch die Tür Hat das Charisma eines Bademeisters Also, ich finde, Ihr seht euch total ähnlich, völlig austauschbar Das verbitte ich mir, das verbitte ich mir ganz energisch Der Mann dürfte doch kaum in der Lage sein, sich einigermaßen zu artikulieren Ach ja? Pass mal auf, ich lese dir mal was vor Bravo, Herr Ministerpräsident Oder hier, endlich werden Initiativen ergriffen Warum hat die Landesbank kein Veto eingelegt? Wegen das Machtwort des Ministerpräsidenten Du, die saßen alle vor deinem Schreibtisch Die ganze Spitze der Hochfinanz Kühn, Zoll, Maschewski, Heidenreich Die mussten gegenzeichnen Ja, das haben die auch gemacht Vor allem nichts Von der ex-beliebigen Laus Das, das halte ich für unmöglich Du musst aufmachen Geh schon Erwin entschuldige, du, die Uschi, die sagt Ich, ich wollte nur mal nachfragen Ist alles in Ordnung? Danke, ja Na und, was war denn? Erwin hat aufgemacht, ist da, aber irgendwas stimmt nicht Soll ich dir was sagen? Hm? Da ist eine andere Frau drin So was hab ich im Ruin Erwin und eine andere Frau Spinnstach Wenn ich's dir sage Ja Therine de Fasala Latruf Mein Vorschlag für den Zwischengang, Herr Herr Ministerpräsident Margrethe Canard Filet Wellington à la source Bernays Dazu einen Château Mouton Rothschild Wahlweise einen Dom Perignon Lieblingschampagne Ihrer Majestät wäre sicherer Quelle zu erfahren war Bier vom Fass Wie? Bier vom Fass und aus Was? Wasser? Ja, meinetwegen noch Wasser dazu Aber den anderen Kokolores da streichen Ist was? Hier mal ne Frage, wenn's so ein Empfang ist, da Da lungert da immer so so ne Musikkapelle rum, ne? So Begrüßung Warum die ganze Kapelle? Ist da rausgeschmissenes Geld? Da reicht doch auch ein Mann Der da steht und die Hymne schmettert, oder? Ja, wie Sie meinten, Herr Ministerpräsident Im Vertrauen Wer immer noch Fußbäder nimmt, der will ja auch mal brausen Hast du's mit der Bandscheibe? Nein, ich übe einen Hofknicks für morgen, muss ich doch, oder? Nee, musst du nicht Wieso? Na, einer aus dem Rotlichtmilieu hat an meiner Seite nichts zu suchen Sag mal, ich hab mich wohl gerade verhört, hä? Du hast doch einen Rufi Donnerall hier, das weißt du doch Es war Zeit, dass wir nach Hause kommen Ich habe den Strunzens geraten, an die Ostsee zu fahren Sie hängen also noch ein paar Tage dran Dummerweise hat Herr Strunz morgen einen wichtigen Termin auf dem Arbeitsamt Und, was habe ich damit zu tun? Dein Anzug ist ja ganz zerknittert Ich finde, du solltest ihn mal wechseln Das kommt überhaupt nicht in Frage Danke Müller 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 Die Straße Bitte Platz nehmen im Wartebereich Die Straße Wird man hier aufgerufen, oder wie geht das? Sie müssen sich dort eine Nummer ziehen Danke Liebe Ach, der Herr Strunz. Setzen Sie sich wieder. Um 10 Uhr war ich hier bestellt. Setzen Sie sich erst mal her. Jetzt ist es 10 nach 12 und ich glaube, hier hat jeder das Recht. Wer auf sein Recht pocht, der bekommt munde Knöchel, Herr Strunz. Wenn ich meinen Job so erledigen würde wie Sie. Das Problem ist, Herr Strunz, dass Sie keinen Job haben. Ach so. Ich bin ja arbeitslos. Ich habe ja sozusagen keine Arbeit. Ah ja, und das schon seit sehr langer Zeit. Wir sind nun gezwungen, Ihnen eine Arbeit zuzuweisen, die Sie annehmen sollten. Ansonsten müssen wir Ihnen die Arbeitslosenhilfe kürzen. Kürzen? So, so. Und welche Tätigkeit wäre das, wenn ich fragen darf? Ein Hilfsarbeiterposten auf einer Gemeindebaustelle. Hilfsarbeiter. Ich als Hilfsarbeiter. Mann, Sie haben ja überhaupt gar keine Ahnung, wen Sie vor sich haben. Das weiß ich sehr gut, Herr Strunz. Es tut mir leid. Aber wenn Sie nicht kooperativ sind, dann können wir Ihnen die Zuwendung auch ganz streichen. Und dafür haben Sie mich aus meinem Urlaub her zitiert? Soll ich Ihnen sagen, was das ist? Schikane ist das. Sie werden dafür bezahlt, den Menschen hier zu helfen und nicht um Almosen zu verteilen. Ich habe Ihnen die Gesichter gesehen. Von denen hat das keiner nötig. Keiner. Und glauben Sie nicht, dass ich auf Sie angewiesen bin. Auf Sie nicht, Sie Loch in der Natur. Einer der bedeutendsten Tage in der Geschichte unseres Landes, Herr Ministerpräsident. Schade, dass Ihre Gattin nicht an dem Ereignis teilhaben kann. Naja, das kann sie nicht. Wieder im Kärntner Domizil? Sagen Sie, der brückt die Reinigung von dem roten Teppich durchs Küstervermögen. Hättest du denn ja auch ein einfacher Vorleger getan? Na ja, sie wird ja nicht gerade aus dem Hofmoor angeleitscht kommen. Der Hedberg, das Akkordeon. Der Herr Ministerpräsident. Der wird doch nicht. Der Kampen hat. Gott, ist das peinlich. Der Kampen hat. Der Kampen hat. Hallo. Willkommen. Thank you very much. Very nice to meet you. You have so wonderful. Thank you very much. Sie sagt, vielen Dank. Das weiß ich auch nicht. Schmeckt doch, Herr Minister. Very good. Delicious. Simply delicious. Das ist ja richtig. Sag ich doch. One small option. Of course. Called Erbsensuppe in Germany. It's a pea soup and it's called Erbsensuppe in Germany. Erbsensuppe. 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 Delicious. Very good. Ich hab dem Mann alle Sympathien versaut. Ich kann Bürokratenhängste nur mal nicht ausstehen. Damit haben vier Millionen Arbeitslose Tag für Tag zu kämpfen. Aufgrund der Erkrankung des Bundespräsidenten haben die Berliner Protokolle das Programm geändert. Statt Staatsempfang in der Hauptstadt nun also Hausmannskosten. Unser Kron-Saal. Es scheint zu funktionieren. Die Chemie stimmt zwischen der Queen und dem Ministerpräsidenten. Ihre Majestät amüsieren sich königlich. Ich erinnere mich ein Schuss. Herr Ministerpräsident, erzähl wieder eins von seinen Tönern. Der Mann in der Restaurant wortet Austern. To the Kellner. Kellner, do you have... Austern. Also jetzt quatschen Sie doch nicht mehr dazwischen. Sie versteht doch Englisch. No, said the Kellner. We... Und wenn man dann vor dem Tag steht, vor einem Tag der, der nicht enden will. Und wenn man rumsitzt zu Hause und die Wände anklotzt und wenn es vielleicht auch noch regnet, dann geht über kurzerlang hier drin was, was kaputt. Würde geht kaputt und stolz. Wenn man nicht mehr traut, seiner Frau in die Augen zu gucken. Man kommt sich klein vor, klein wie eine Laus. Wenn man sich verkriechen will. Irgendwohin. Und damit sich keiner von euch verkriechen muss. Niemand und jeder einzelne von euch weiter gebraucht wird. Die Millionen werden flüssig gemacht. So wahr ich hier stehe. Die Millionen werden flüssig gemacht. Wieso steht denn heute wieder alles voller Autos? Tschüss. Schönen Tag noch, Herr Ministerpräsident. Tag. Guten Tag, Herr Ministerpräsident. Ist das mit Ihnen nicht in Ordnung? Nein, nein, es ist nur das mit den Spielmannwerken. Das haben Sie gut gemacht. Danke. Herr Minister Neunfeld, es war da drin auf Sie. Geht in Ordnung. Herr Ministerpräsident. Ja. Ein Bier? Ziemlich kalt? Nein. Einen Tee. Guten Morgen. Zum phänomenalen Erfolg. Meinen herzlichen Glückwunsch, Herr Ministerpräsident. Glänzender Schachzug. Schachzug? Wie meint Sie das? Aber die Überweisung der Landesmittel an Spielmann trotz Veto aus Brüssel, das ist nicht Ihr Ernst. Herr Ministerpräsident, oder? Doch. Treten Sie der Landesmann in den Arsch? Schreiben Sie eine Überweisung? Oder holen Sie die Kröten aus dem Sparstrumpf? Bei allem Respekt, Herr Ministerpräsident, dafür würde ich ungern die politische Verantwortung übernehmen. Aber da Sie ja nun selbst wieder im Lande sind. Sind Sie da ganz sicher? Wie meinen? Dass ich wieder im Lande bin. Lieben Sie Stiefmütterchen? Die Rentner, Pensionärin. Die Rentner, Pensionärin. Die Rentner, Pensionärin. Die Rentner, Pensionärin. Das war's für heute. Noch ein Bier. Aber etwas kälter, bitte. Sag mal, weißt du, wie viel Uhr das ist? In einer halben Stunde. Du, da hätte ich die Bullen geholt. Solange kann Friseur ja nun wirklich nicht... Siehst aber süß aus. Hast du die Brötchen mitgebracht? Ich hab dir eine Zeitung mitgebracht. Wir wollten heute noch an die Ostsee. Warten, siehst du da? Hast du was zum Grillen mitgebracht? Konnte ich doch nicht. Wieso nicht? Ist was dazwischen gekommen. Was denn? Erika, wenn wir noch ein paar Tage hierbleiben, würdet ihr das was ausmachen? Wieso? Na ja, das ist so. Ich bin da an den Job rangekommen. Was? Ganz zufällig. Ja, es ist mehr so eine Aushilfe. Wir sind doch im Urlaub, Erwin. Na ja, ich weiß. Aber ich kann sicher zwischendurch immer mal weg. So gleitende Arbeitszeit oder so. Weißt du? Was musst du denn da machen? Na ja, so. Die glauben doch, wir haben einen an der Waffel. Erika, sei vorsichtig. Hier ist glatt. Hallo, hallo, hallo. Da ist die Polizei dran. Bist du Wahnsinn? Aber toll haben die es hier. Erika. Oh. Geh runter. Oh, schau mal. Schau mal. Da kann man vom Sofa aus die Sterne angucken. Da will ich auch hinten. Erika, nichts anrühren. Erika, du rührst nichts an. Das ist toll. Warte. Nein, Erwin, guck mal. Guck mal, eine Wanne mit Rundgang und eine Munddusche. Oh, guck mal, ein Parfum. Erika, du rührst hier nicht an. Alles da. Feine Seife, Badeöle. Ist das hier die Villa des Ministerpräsidenten? Ja. Na also. Erika, das geht doch nicht. Hört, seine süße, kleine Frau, ihr Mann, noch ein Bad einlassen können. Liebling, du hast dich ja einen schweren Tag gehabt. Mh. Mh. Erika. Hm? Ich hab mit Reinhard telefoniert. Na und? Alles in Ordnung. Das Arbeitsamt macht Terror. Ich soll mich am 20. melden. Oh, das ist ja schon nächste Woche. Oh, da schau mal. Rum vom Feinsten. Du rührst ja nicht an. Oh. Da wird doch hier irgendwo noch eine Cola sein. Oh, nee. Zieh sofort den Bordermantel aus. Er gehört ja nicht. Ich bin die Frau vom Ministerpräsidenten. Bist du nicht. Und überhaupt alles, was hier gesoffen wird, das wird alles wieder hingestellt. Oh, hör auf. Mensch. Mensch, Erwin. Wenn jetzt der Bundeskanzler zu Besuch geht, ich mein, das könnte sein, dann, dann würde ich ihm ein Wiener Schnitzel machen. Das kann nicht sein. Wieso nicht? Mögt ihr euch nicht mehr? Wir haben es noch nie gemacht, weil ich hab ihn noch nie gesehen. Das ist aber schade. Wieso nicht? Oh, ich wär ja noch wahnsinnig. Du, das ist alles eine Nummer zu groß für uns. Jetzt hol mir ein Handtuch rüber. Mensch, Amtsanmaßung. Betrug, Hausfriedensbruch. Und wir stehen doch mit einem Bein schon im Knast. Wir? Ich hör immer wir. Wer säuft denn hier Cola mit rum, wir Weltmeister? Tu, das ist Mundraub. Am besten wir verschwinden in unseren Campingwagen und dann ab in Richtung Ostsee. Beim Campingwagen ist das Dach kaputt und hier ist schön trocken, richtig knuffig. Ich geh mich mal umziehen. Wo willst du hin? Oh, Bingo. Nadelstreifen. Der müsste dir eigentlich passen. Zieh mal an. Nee. Wieso nicht? Das heißt immer, wieso nicht, so. Wieso nicht? Wenn du seinen Job machst, dann kannst du auch seine Anzüge anziehen. Sag mal, sagen die wirklich Herr Ministerpräsident zu dir? Ja. Ach, ne? Ich muss das hören. Jetzt und gleich. Hier. Den Ärger, den Achimsen mit der EU in Berlin bekommt. Ich möchte den nicht haben. Zivilcourage, Herr Kollege. Herr Delbren, guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, gut. Ich danke Ihnen. Und Ihnen? Wunderbar. Herr Ministerpräsident? Komm, Ufchen. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Böben auf Eis? Ja. Nein, Sie nehmen Rotwein. Zwei Rotwein, bitte. Wenn ich Sie abknutschen soll, kein Problem. Danke, ich werde es Ihnen dann sagen. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Zum Wohl. Zum Wohl. Herr Ministerpräsident. Herr Ministerpräsident. Heute schon nach Hause zu fahren, ist ausgemachter Unsinn. Aber ich muss auf dem Arbeitsamt sein am Montag. Ach, keine Sorge, das regeln wir schon. Übermorgen beginnt die Ostseewoche. Und Sie sind der Ehrengast, Herr Ministerpräsident. Nee, wirklich nicht. Das muss ich nicht haben. Wo ist denn mein Schlipper? Der ist auf deiner Seite. So, Südwestern, Ölzeug, Gummistiefel. Alles da, ich denke, es müsste passen. Was soll denn das jetzt? Ich denke, es ist doch in unser aller Interesse, den Paparazzis keine Chance mehr zu geben, oder? Erika, das ist Frau Achmsen. Frau Achmsen, das ist Frau Strunz. Heide. Erika. Angenehm. Herr Achmsen. Herr Achmsen. Frühstück? Ihre Frau. Heide? Wo bist du? Unterwegs. Warum bist du noch nicht rasiert? Wann kommst du? Du, ich hatte eine entsetzliche Nacht hinter mir. Ich finde, wir sollten ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Wir sollten ein bisschen Abstand gewinnen. Du kommst also nicht? Ich zieh mich einige Zeit dorthin zurück, wo das Leben noch gestreichelt wird. Darf man fragen, wo dieser Kontinent liegt? Ach, weit weg von dir. Ich komm hin. Ach Uwe, lass doch ein bisschen Zeit verstreichen. Ich komm hin. Dann ist das gestreichelte Leben wenigstens ausgeschildert. Hier ist Licht. Wieso siehst du hier so glücklich aus? Ich seh da nicht glücklich aus. Du quetschst ihre Brust und siehst glücklich aus. Jetzt hab ich die Nase endgültig voll. Sag mal, du kommst doch wohl schon vor wie die deutsche Nachfolge von der Hillary Clinton, komm hier, komm, komm Schluss aus und vorbei. Mensch, das geht da draußen, ist hellig der Tag und ich lade dir hier im Dunkeln wie ein Krabbenfischer durch die Wohnung. Kann dir mal vorkommen. Ja, ja. 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 Erwin, ja. Ja, 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 ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, da würde ich mal sagen, tja. Ja? Ja. Da war da was mit Pferden. Bitte? Mit Pferden, so eine Parade. Die Hengstparade? Ja. Ja? Ja. Ja, würden Sie darauf bestehen, Herr Ministerpräsident? Ja, bitte. Die Spielmann-Akten, Herr Ministerpräsident. Danke, Frau Kiesefing. Sie wirklich. Turschko Kavo, Herr Achimsen? Nein, Kaffee. Aber ich nehme einen. Es war sehr gut, Carla. Der Absturz der Spielmann-Werke. Es kann eine Lawine auslösen. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen, auch von einer Lawine nicht. Dass der Ministerpräsident mal anders heißen könnte als Achimsen, das scheint dir nicht einzufallen, oder? Ohne mich läuft nichts. Gar nichts. Und das ist Fakt. Das kann nicht dein Ernst sein, Uwe. Das, also... Und Sie stecken ja in dem Anzug meines Mannes. Das ist schon alles sehr merkwürdig. Finden Sie das nicht? Ihre Villa. Also, wenn Sie da wieder einziehen, Sie merken nichts, dass da jemand gewohnt hat. Wir sind ziemlich sauber, Erika und ich. Ah. Das beruhigt mich jetzt aber kolossal. Gestatten Sie, dass ich mich setze? Bitte, selbstverständlich. Sie haben eine Rede gehalten, gestern. Ja, bei den Spielmann-Werken. Ja, und? Was haben Sie den Leuten so erzählt? So viel war das gar nicht. Ich habe nur dafür gesorgt, dass die... dass die Millionen rüberkommen. Die lagen hier nur rum, da nützen sie ja niemanden. Moment mal, Moment. Sie haben die Landesmittel ohne Zustimmung von Brüssel auf die Konten der Spielmann-Werke transferiert. Ist doch nicht falsch, oder? Also, mit den 1.000 Euro von Tante Hilde haben wir das genauso gemacht. Ja, weil Sie müssten doch Unterschriften leisten. Ja, heute Morgen. Ja, im Beisein des Aufsichtsrats und des Vorstandes der Landesbank. Da haben Sie gesessen. Wo Sie jetzt sitzen, der große Dicke. Genau, Dr. Kühn. Und haben die denn gar nichts beanstandet? Die Herren, haben die gar nicht protestiert? Champagner wollten die. Aber nicht mit mir. Also, mit mir nicht. Ist was? Trinken Sie mit mir ein Glas Wein? Warum soll ich mit Ihnen was trinken? Wer sind Sie eigentlich? Strunz. Erwin. Strunz. Strunz. Den Ärger, den Achimsen mit der EU in Berlin bekommt. Ich möchte den nicht haben. Zivilcourage, Herr Kollege. Herr Delbrück, guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe gut. Ich danke Ihnen. Und Ihnen? Wunderbar. Herr Ministerpräsident? Komm, Ufchen. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Bourbon auf Eis? Nein, wir nehmen Rotwein. Zwei Rotwein, bitte. Wenn ich Sie abknutschen soll, kein Problem. Danke, ich werde Sie dann sagen. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Zum Wohl. Zum Wohl. Herr Ministerpräsident. Herr Ministerpräsident. Heute schon nach Hause zu fahren, ist ausgemachter Unsinn. Aber ich muss auf dem Arbeitsamt sein am Montag. Ach, keine Sorge, das regeln wir schon. Übermorgen beginnt die Ostseewoche. Und Sie sind der Ehrengast, Herr Ministerpräsident. Nee, wirklich nicht. Das muss ich nicht haben. Wo ist denn mein Schlüpper? Halt. Ich bin immun. Gegen alles. Oh, nee. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Guten Tag. Guten Morgen. Dankeschön. Dankeschön. Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ähm, hier die, die Haare eben. Ein bisschen kürzer, vielleicht auch ordentlicher. Bringen Sie das auch? Ich denke schon, bitte schön. Na ja. Na, dann wollen wir mal. Nein. Was, was bin ich Ihnen schuldig? 22. 22. Ja. Und das hier, das ist für, für Sie, ja? Bitte schön. Na, danke. Wiedersehen. 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 Schönen Tag noch. Oh, nee. Könnte ich bitte, könnte ich bitte ein Autogramm haben? Wie bitte? Entschuldigung, könnte ich jetzt bitte mein Autogramm haben? Wie viel verdienst denn so im Monat? Zehntausend? Na, sag doch mal. Hey, nu, bleib doch mal stehen. Oder zwanzig. Hä? Hast du schon mal drüber nachgedacht, deine Kohle mit Arbeitslosen zu teilen? Oder gibst du die ganze Kohle zum Champa-Sappen aus, hä? Sag doch mal, Alter, bleib doch mal stehen. Wir wollen nur mal mit dir reden. Nu, bleib doch mal stehen. Hey, hey, hey. So ein Arsch wie du ohne Bodyguard. Zech, ein Riesenfehler. Heute soll das Volkbestand gesagt. Morgen, Herr Ministerpräsident. Mein Horst, haben Sie mal eine Luftpumpe? Ich sehe, was ich tun kann. Morgen, Herr Ministerpräsident. Wie? Also, das ist so. Ich bin Ministerpräsident. Oh, mein Erwin. Das ist doch keine Schande. In unserer Lage, da muss man nur nehmen, was kommt. Was hast du eben gesagt? Ich bin Ministerpräsident. Ich fass es nicht. Wenn mir das Reinhard und Uschi erzählen, die glauben doch, wir haben einen an der Waffe. Erika, sei vorsichtig, hier ist das Blatt. Hallo, hallo, hallo. Da ist das Blatt, da ist die Polizei dran, bist du Wahnsinn. Aber toll haben die es hier. Erika? Erika. Erika? Oh. Geh runter. Oh. Schau mal. Schau mal. Da kann man vom Sofa aus die Sterne angucken. Was ist das? Das ist schön. Da, da will ich auch hin. Erika, nichts anrühren. Erika, du rührst nichts an. Das ist toll. Warte. Nein, Eri. Guck mal. Guck mal, eine Wanne mit Rundgang und eine Munddusche. Oh. Guck mal, ein Parfum. Erika, du rührst hier nicht an. Alles da. Alles da. Feine Seife, Badeöle. Ist das hier die Villa des Ministerpräsidenten? Na also. Erika, das geht doch nicht. Dann wird seine süße, kleine Frau auf ihr Mann doch ein Bad einlassen können. Liebling, du hast sicher einen schweren Tag gehabt. Mmh. Erika? Hm? Ich hab mit Reinhard telefoniert. Na und? Alles in Ordnung. Das Arbeitsamt macht Terror. Ich soll mich am 20. melden. Oh, das ist ja schon nächste Woche. Oh, da schau mal. Rum vom Feinsten. Du rührst ja nicht an. Oh. Pssst. Da wird doch hier irgendwo noch eine Cola sein. Oh, nee. Zieh sofort den Bordermantel aus. Er gehört ja nicht. Ich bin die Frau vom Ministerpräsidenten. Bist du nicht. Und überhaupt alles, was hier gesoffen wird, das wird alles wieder hingestellt. Oh, hör auf. Mensch. Mensch, Erwin. Wenn jetzt der Bundeskanzler zu Besuch geht. Ich mein, das könnte das sein. Dann, dann werd ich ihm ein Wiener Schnitzel machen. Das kann nicht sein. Wieso nicht? Mögt ihr euch nicht mehr? Wir haben es noch nie gemacht, weil ich hab ihn noch nie gesehen. Hm. Das ist aber schade. Wieso nicht? Oh, ich wär hier noch wahnsinnig. Du, das ist alles eine Nummer zu groß für uns. Jetzt hol mir ein Handtuch rüber. Mensch, Amtsanmaßung, Betrug, Hausfriedensbruch. Wieso steht er mit einem Bein schon im Knast? Wir? Ich hör immer wir. Wer säuft denn hier? Übermorgen beginnt die Ostseewoche. Und Sie sind der Ehrengast, Herr Ministerpräsident. Nee, wirklich nicht. Das muss ich nicht haben. Wo ist denn mein Schlipper? Der ist auf deiner Seite. So, Südwester, Ölzeug, Gummistiefel. Alles da. Ich denke, es müsste passen. Was soll denn das jetzt? Ich denke, es ist doch in unser aller Interesse, den Paparazzis keine Chance mehr zu geben, oder? Erika, das ist Frau Achimsen. Frau Achimsen, das ist Frau Strunz. Heide. Erika. Angenehm. Herr Achimsen. Herr Achimsen. Frühstück? Ihre Frau. Heide. Wo bist du? Unterwegs. Warum bist du noch nicht rasiert? Wann kommst du? Du, ich hatte eine entsetzliche Nacht hinter mir. Ich finde, wir sollten ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Wir sollten ein bisschen Abstand gewinnen. Du kommst also nicht? Ich ziehe mich einige Zeit dorthin zurück, wo das Leben noch gestreichelt wird. Darf man fragen, wo dieser Kontinent liegt? Ach, weit weg von dir. Ich komm hin. Ach Uwe, lass doch ein bisschen Zeit verstreichen. Ich komm hin. Ist das gestreichelte Leben wenigstens ausgeschildert? So. Hier ist Licht. Wieso siehst du hier so glücklich aus? Ich sehe doch nicht glücklich aus. Du quetschst ihre Brust und siehst glücklich aus. Jetzt hab ich die Nase endgültig voll. Sag mal, du kommst doch wohl schon vor wie die deutsche Nachfolge von der Hillary Clinton? Komm hier, komm, komm, Schluss, aus und vorbei. Mensch, das geht da draußen, ist hellig der Tag und ich latsche hier im Dunkeln wie ein Krabbenfischer durch die Wohnung. Ministerpräsident, ist doch vielleicht das Scheißspiel. Komm hier vorn heim. Hast du die Ränder in der Bordewanne weggeputzt? Wieso ich? Telefon! Und du gehst nicht ran. Wo ist das denn? Wo ist das Ding? Hallo? Frau Achimsen, hier Bundespräsidialamt, Staatssekretär Schneider. Kann ich hier einen Mann sprechen? Hören Sie mich nicht. Ich glaub, da ist der Bundespräsident dran. Wer? Der Bundespräsident. Was will denn der? Oh, ist ich doch nicht. Moment, ich verbinde. Ja? Hier Staatssekretär Schneider. Sie müssen ran. Achimsen, führt mir leid. Der Bundespräsident ist krank. Werden Sie... Was soll denn das jetzt? Ich denke, es ist doch in unser aller Interesse, den Paparazzis keine Chance mehr zu geben, oder? Erika, das ist Frau Achimsen. Frau Achimsen, das ist Frau Strunz. Heide. Erika. Herr Achimsen. Herr Achimsen. Frühstück. Ihre Frau. Heide, wo bist du? Unterwegs. Warum bist du noch nicht rasiert? Wann kommst du? Du, ich hatte eine entsetzliche Nacht hinter mir. Ich finde, wir sollten ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Wir sollten ein bisschen Abstand gewinnen. Du kommst also nicht? Ich ziehe mich einige Zeit dorthin zurück, wo das Leben noch gestreichelt wird. Darf man fragen, wo dieser Kontinent liegt? Ach, weit weg von dir. Ich komm hin. Ach, Uwe, lass doch ein bisschen Zeit verstreichen. Ich komm hin. Ist das gestreichelte Leben wenigstens ausgeschildert? So ist mir das Licht. Wieso siehst du hier so glücklich aus? Ich sehe da nicht glücklich aus. Du quetschst ihre Brust und siehst glücklich aus. Jetzt hab ich die Nase endgültig voll. Sag mal, du kommst doch wohl schon vor wie die deutsche Nachfolge von der Hillary Clinton, he? Komm hier, komm, komm, Schluss, aus und vorbei. Mensch, das geht da draußen, ist hellig der Tag und ich latsche hier im Dunkeln wie ein Krabbenfischerterste Wohnung. Ministerpräsident, ist doch vielleicht das Scheißspiel. Komm, wir fahren heim. Hast du die Ränder in der Badewanne weggeputzt? Wieso ich? Telefon! Und du gehst nicht ran. Hallo? Frau Achimsen, hier Bundespräsidialamt, Staatssekretär Schneider. Kann ich Ihren Mann sprechen? Hören Sie die Minute. Ich glaub, da ist der Bundespräsident dran. Wer? Der Bundespräsident. Was will denn der? Oh, weiß ich doch nicht. Moment, ich verbünde. Ja? Hier Staatssekretär Schneider. Sie müssen ran, Achimsen, tut mir leid. Der Bundespräsident ist krank, werden Sie ja wohl gehört haben inzwischen. Ihr Ländler hat den Vorsitz im Bundesrat. Also sind Sie erster Mann im Staate. Und, 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 und warum muss ich ran? Die Queen kommt. Mit Ihrem Charme, Achimsen, Sie machen das schon. Und unbedingt Komplimente über den Hut der alten Dame. Was auch immer für einen Sie aufgestülpt haben, Marc. Was denn jetzt? Noch ein Bier? Ja. Aber etwas kälter, bitte. Sag mal, weißt du, wie viel Uhr das ist? In einer halben Stunde. Du, da hätte ich die Bullen geholt. So lange kann Friseur ja nun wirklich nicht... Siehst du aber süß aus. Hast du die Brötchen mitgebracht? Ich hab dir eine Zeitung mitgebracht. Wir wollten heute noch an die Ostsee. Warten. Siehst du da? Das ist doch was zum Grillen mitgebracht. Konnte ich doch nicht. Wieso nicht? Ist was dazwischen gekommen. Was denn? Erika, wenn wir noch ein paar Tage hierbleiben, würdet ihr das was ausmachen? Wieso? Naja, das ist so. Ich bin da an den Job rangekommen. Was? Ganz zufällig. Naja, es ist mehr so eine Aushilfe. Wir sind doch im Urlaub, Erwin. Naja, ich weiß. Aber ich kann sicher zwischendurch immer mal weg. So kleidende Arbeitszeit oder so. Weißt du? Was musst du denn da machen? Naja, so rumtelefonieren. Ach, in einem Amt? Naja, in einem Amt. Und was machen die da so in dem Amt? Naja, was ich so wegbekommen hab, so... Was willst du denn da verdienen? Also, wie man so hört... Oh, ganz schön, da. Erwin, ist aber nichts Kriminelles. Kriminelles? Nee, das glaub ich nicht, da. Hey, guck mal! Das gibt's doch nicht. Was gibt's nicht? Guck mal, guck mal, hier. Das gibt's nicht. Das fass ich nicht. Das glaub ich gar nicht. Guck mal, den hier. Den hab ich heute in einem Kreuzworträtsel verbraten. An dem Tisch da. Kann das sein? Das kann nicht sein. Wieso nicht? Weil... Der hat Urlaub. Ach so. Was denn das für eine Logik? Will ich jetzt bitte mein Autogramm haben? Wie viel verdienst du denn so im Monat? Zehntausend. Na, sag doch mal. Hey, nun, bleib doch mal stehen. Oder zwanzig. Hä? Hast du schon mal drüber nachgedacht, deine Kohle mit Arbeitslosen zu teilen? Oder gibst du die ganze Kohle zum Champaussapen aus? Hä? Sag doch mal, Alter, bleib doch mal stehen. Wir wollen nur mal mit dir reden. Nun, bleib doch mal stehen. Hey, hey. So ein Arsch wie du ohne Bodyguard. Ist echt ein Riesenfehler. Heute ist wohl das Volk mischland gesagt. Morgen, Herr Ministerpräsident. Mein Horror. Haben Sie mal eine Luftpumpe? Ich seh, was ich tun kann. Geh? Da geh schon rein. Los, geh. Oder willst du heute blau machen? Mein Herr, ich muss Sie bitten, Sie können jetzt schon. Wir haben den Dienstausweis. Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen. Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Morgen. Was ist denn da passiert? Oh, also bitte. Darf ich mal? Bitte. Ich hol Wasser her. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Schon wieder zurück? Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Herr Ministerpräsident, guten Morgen. Ja, morgen. Mir wurde gesagt, Sie sind im Urlaub. Gewissermaßen ja. Entschuldigen Sie, Herr Ministerpräsident, etwas überraschend Ihre Erscheinung. Ihr Schein meine ich. Es tut mir leid, es ist noch nicht aufgeräumt. Die Putzfrau, sie ist total überfordert. Aber ich schicke Sie gleich rein. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Herr Ministerpräsident? Einen Kaffee vielleicht? Was? Was? Ob Sie einen Kaffee möchten? Äh, Kaffee, nein. Nein. Wenn Sie vielleicht ein Bier? Da muss ich nachsehen. Guten Tag. Guten Morgen. Dankeschön. Dankeschön. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ähm, hier die Haare eben. Und ein bisschen kürzer, äh, vielleicht auch ordentlicher. Mhm. Bingen Sie das auch? Ich denke schon, das ist schön. Na ja. Na, dann wollen wir mal. Nein. Nein. Was, was bin ich Ihnen schuldig? 22. 22. Und das hier, das ist für, für Sie, ja? Bitte schön. Ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Wie, wiedersehen. Schönen Tag noch. Oh, nein. Könnte ich bitte, könnte ich bitte ein Autogramm haben? Viel besser. Entschuldigung, könnte ich jetzt bitte mein Autogramm haben? Wie viel verdienst du in so einem Monat? Zehntausend? Na, sag doch mal. Hey, nu, bleib doch mal stehen. Oder 20. Hä? Hast du schon mal drüber nachgedacht, deine Kohle mit Arbeitslosen zu teilen? Oder gibst du die ganze Kohle zum Champa-Sapen aus, hä? Sag doch mal, Alter, bleib doch mal stehen. Wir wollen nur mal mit dir reden. Nu, bleib doch mal stehen. Hey, hey, hey. So ein Arsch wie du ohne Bodyguard. Sech'n Riesenfehler. Heute ist wohl das Volkbeschland gesagt. Morgen, Herr Ministerpräsident. Mein Horror. Haben Sie mal eine Luftpumpe? Ich seh, was ich tun kann. Morgen, Herr Ministerpräsident. Na, geh schon rein. Los, geh. Oder willst du heute blau machen, hm? Mein Herr, ich muss Sie bitten, Sie können hier sein, wir haben den Dienstausweis. Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Was ist denn da passiert? Also, bitte, ja. Darf ich mal? Bitte. Ich hol was her. Morgen, Herr Ministerpräsident. Schon wieder zurück? Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen. Dann wird ja wohl irgendwo ein Bäcker sein. Vielleicht auch irgendwo ein Frisur. Ja. 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 Morgen, Herr Ministerpräsident. 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 Guten Tag. Guten Morgen. Dankeschön. Dankeschön. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Hier die Haare eben. Und ein bisschen kürzer. Oder vielleicht auch ordentlicher. Bringen Sie das auch? Ich denke schon. Na, dann wollen wir mal. Nein. Nein. Was bin ich Ihnen schuldig? 22. 22. Ja. Und das hier, das ist für Sie, ja? Bitteschön. Na, danke. Wiedersehen. 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 Schönen Tag noch. Oh, nein. Könnte ich bitte, könnte ich bitte ein Autogramm haben? Wie bitte? Entschuldigung, könnte ich jetzt bitte mein Autogramm haben? Ja, und? Was haben Sie den Leuten so erzählt? Das ist so viel war das gar nicht. Ich habe nur dafür gesorgt, dass die Millionen rüberkommen. Die lagen hier nur rum, da nützen sie ja niemanden, ne? Moment mal, Moment. Sie haben die Landesmittel ohne Zustimmung von Brüssel auf die Konten der Spielmann-Werke transferiert. Ist doch nicht falsch, oder? Also mit den 1000 Euro von Tante Hilde haben wir das genauso gemacht. Ja, weil Sie müssten doch Unterschriften leisten. Ja, heute Morgen. Ja, im Beisein des Aufsichtsrats und des Vorstands der Landesbank. Da haben Sie gesessen. Wo Sie jetzt sitzen, der große Decke. Genau, Dr. Kühn. Und, haben die denn gar nichts beanstandet, die Herren? Haben die gar nicht protestiert? Champagner wollten die. Aber nicht mit mir. Also mit mir nicht. Ist was? Trinken Sie mit mir ein Glas Wein? Warum soll ich mit Ihnen was trinken? Wer sind Sie eigentlich? Strunz. Erwin Strunz. Strunz. Guck mal. Sind die erbittert geführten Diskussionen um die prekäre Lage der Spielmann-Werke erst mal auf Eis gelegt und auf den Herbst vertagt worden? Das Kabinett ist im Urlaub der Wirtschaftsministerin der Provence. Unser Ministerpräsident wie immer in Kärnten. Alle zieht's in den Süden. Arbeitslose in den Norden? An der Ostsee ist doch am schönsten. Hat der Honecker auch schon gesagt. Ach, bitte. Ach, bitte. Erwin, du siehst schlimm aus. Ja. Das juckt immer so. Wer's juckt, der soll sich kratzen. Sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um neune oder meine kleine Liebste sein. Ist es dir recht, ja, dann bleib ich dir treu sogar bis um zehn. Trag mich unter, wir wollen zusammen mal bummen gehen. Und jetzt alle! Erika, was willst du denn hier? Ich bin böse sein. Ich bin böse sein, weißt du. Aber das passiert doch nie wieder in meinem Leben. Das musste ich einfach sehen. Sonst glaub ich's doch nicht später. Was denn? Mein Erwin und die Queen. Oh, Erwin, weißt du, du bist ein ganz großer Mann. Du bist ein Star. Küss mich. Oh ja. Oh, küss mich wie im Film. Sie ist ein armer Dicht, denn er kennt dich nicht. Mein St. Pauli, St. Pauli, mein Lauf. Oh. Auf der Weg, deine Nacht, und mein Preis. Ralf. 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 Komm mal. Sind das Ihre Beine? Ja! Ralf. 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 Gott, save the Queen. Marquise! Erwin? Ist... ist alles in Ordnung? Es ist alles in Ordnung. Ist ja gut. Ich bringe ein Skat-Turnier heute Abend. Was ist denn für ein Skat-Turnier? Habe ich doch gesagt, ein Telefon. Ach ja, stimmt ja. Reiz nicht auf Teufel, komm raus. Naja, du weißt schon, spiel du vorsichtig. Und dring die neue Kompass-Kur. Morgen. Dankeschön. Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Hier die Haare eben. Ein bisschen kürzer. Vielleicht auch ordentlicher. Bringen Sie das auch? Ich denke schon. Na ja. Na, dann wollen wir mal. Nein. Nein. Was, was bin ich Ihnen schuldig? 22. 22. Und das hier, das ist für, für Sie, ja? Bitte schön. Na, danke. Wiedersehen. 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 Schönen Tag noch. Oh, nein. Oh, nein. Könnte ich bitte, könnte ich bitte ein Autogramm haben? Viel besser. Entschuldigung, könnte ich jetzt bitte mein Autogramm haben? Wie viel verdienst du denn so im Monat? 10.000? Na, sag doch mal. Hey, nun, bleib doch mal stehen. Oder 20. Hä? Hast du schon mal drüber nachgedacht, deine Kohle mit Arbeitslosen zu teilen? Oder gibst du die ganze Kohle zum Champa-Sappen aus? Hä? Sag doch mal, Alter, bleib doch mal stehen. Wir wollen ja nur mal mit dir reden. Nun, bleib doch mal stehen. Auf, auf, auf. 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 Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Mein Vorort, haben Sie mal eine Luftpumpe? Ich sehe, was ich tun kann. Morgen, Herr Ministerpräsident. Wie? Da geh schon rein. Los, geh. Oder willst du heute blau machen? Mein Herr, ich muss Sie bitten, Sie können hier nicht sein. Wir haben den Dienstausweis. Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen. Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Was ist denn da passiert? Oh, war schon bitter, ja? Darf ich mal? Bitte. Ich hole was her. Morgen, Herr Ministerpräsident. Schon wieder zurück? Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen, Herr Ministerpräsident. Ist das hier eine Kommandozentrale von den Grünen? Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie neu hier? Neuenfels. Sie, Wiking. Bin die Vertretung. Moment, Sie können doch nicht einfach sein. Herr Minister Neuenfels sollte Sie vertreten. Was machen Sie denn hier? Das frage ich mich auch. Verzeihung, Herr Ministerpräsident. Entschuldigen Sie. Ich konnte ja nicht wissen. Ich dachte, Sie wären im Urlaub. Ach ja, richtig. Da kann ich ja gehen. Ähm, Ihr Wagen wäre so weit, Herr Ministerpräsident. So. Sollen Sie mal. Kennen Sie die Spielmannwerke? Natürlich, ja. Ich meine, waren Sie schon mal da? Da? Nein. Dumme Sache, das. Das ist eine dumme Sache. Haben Sie eine Ahnung, um was es da geht? Nein, haben Sie nicht mehr. Waren Sie schon mal arbeitslos? Wie bitte, Herr Ministerpräsident? Haben Sie verstanden, was er damit gemeint haben könnte? Liebe Zuschauer, nach den dritten Rennen findet vor der großen Tribüne unter Anwesenheit unseres Herrn Ministerpräsidenten die große Ex-Parade statt. Na, zufrieden, Herr Ministerpräsident? Koteletts vom Heidschnuckenlamm? Deutsches Spanferkel, kalter Fasan, Birne, Helene, Kaviar, russischer Kaviar und diesen Krabbensalat. Den müssen Sie unbedingt probieren, Herr. Was kostet denn das? Was hat denn das alles gekostet, frage ich? Na ja, wir haben unseren Etat, Herr Ministerpräsident, der Veranstaltung angemessen. So, der Veranstaltung angemessen. Aber das geht doch alles auf Kosten der Steuerzahler. Vier Millionen Arbeitslose, aber hier biegen sich die Tische. Ich will den Firlefanz da nicht mehr sehen. Nirgends mehr. In Zukunft nur noch... Erbsensuppe. Haben Sie mich verstanden? Wie Sie meinen, Herr Ministerpräsident. Na gut, meinetwegen noch eine Bockwurst dazu. Wer sich da vorne auf Staatskosten durchgefressen hat, kennen Sie die Leute? Nicht alle. Einige Staatssekretäre waren dabei. Staatssekretäre, ja. Was machen die denn überhaupt? Also ich sehe die... Jetzt. Ich sehe diejenigen. Guten Tag. Guten Morgen. Dankeschön. Dankeschön. Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Hier die Haare eben. Ein bisschen kürzer. Vielleicht auch ordentlicher. Bringen Sie das auch? Ich denke schon. Na ja. Na dann wollen wir mal. Nein. Nein. Was bin ich Ihnen schuldig? 22. 22. 22. Ja. Und das hier, das ist für Sie, ja? Bitte schön. Ja, danke. Wiedersehen. 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 Schönen Tag noch. Oh nein. Könnte ich bitte, könnte ich bitte ein Autogramm haben? Wie bitte? Entschuldigung, könnte ich jetzt bitte mein Autogramm haben? Wie viel verdienst du denn so im Monat? 10.000? Na sag doch mal. Hey, nun bleib doch mal stehen. Oder 20. Hä? Hast du schon mal drüber nachgedacht, deine Kohle mit Arbeitslosen zu teilen? Oder gibst du dir die ganze Kohle zum Champa-Sapp-Bars? Hä? Sag doch mal, Alter. Bleib doch mal stehen. Wir wollen doch mal mit dir reden. Du bleib doch mal stehen. Hey, hey, hey. So ein Arsch wie du ohne Bodyguard. Das ist echt ein Riesenfehler. Heute soll das Volk mischen an der Sache. Morgen, Herr Ministerpräsident. Mein Horror. Haben Sie mal eine Luftpumpe? Ich sehe, was ich tun kann. Morgen, Herr Ministerpräsident. Wie? Na, geh schon rein. Los, geh. Oder willst du heute blau machen? Hm? Mein Herr, ich muss Sie bitten, Sie können hier schon sein. Wir haben den Dienstausweis. Morgen, Herr Ministerpräsident. Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Herr Ministerpräsident. Hm? Guten Morgen. Morgen. Was ist denn da passiert? Du hast alle über den Tisch gezogen. Mensch, Herr Erwin. Ich darf das doch uns die erzählen. Geht mir nichts an, Erwin. Aber das hat Erika nicht verdient. Sie haben eine neue Kompostkrube gebraucht. Und das war ich Erwin Strunt schuldig. Was ist das denn? Nö, nö, nisch, Erika. Erika! Oschi! Du, das hätte ich nie gedacht von Erwin. Wenn du dich bei mir ausfallen willst, jederzeit, ja? Willst du wahr? Mein Erwin, das ist ein echterer Typ. Der kann Frauen haben, noch und noch. Darf ich Sie dezent darauf hinweisen, dass auch Sie in unseren Betten lagen? Jetzt sag doch mal was. Was soll ich denn sagen? Das ist doch irre. Das... Das ist doch wie siamesische Zwillinge. Die sind zusammengewachsen. Wer? Die Zwillinge. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Ach so, ja. Uwe, mein Name. Erwin. Ich bin die Erika. Haben Sie, äh, hast du vom Arbeitsamt Post bekommen? Saubande. Wieso? Was ist los? Sehen wir uns leider gezwungen, die Arbeitslosenhilfe ab sofort auszusetzen. Nee. Was? Die streichen jetzt nur noch die Arbeitslosenhilfe. Und nee, was machen wir denn dann? Was soll ich denn machen? Einen Teilzeitjob suchen. Einen Teilzeitjob, ja. Willst du im Supermarkt die Regale einräumen oder wie? Es gibt doch auch andere Teilzeitjobs. Was? Welche meinen Sie denn da? Was meinst du denn, Uwe? Ja, natürlich. Die Chemie stimmt zwischen der Queen und dem Ministerpräsidenten. Ihre Majestät amüsieren sich königlich. Ähm, I remember, äh, a joke, a joke. Herr Ministerpräsident, erzähl wieder eins von seinem König. In der Restaurant, äh, wortet Austern, ne? Austern. Äh, äh, to the Kellner. Kellner, äh, do you have... Austern, ja. Also jetzt quatschen sie doch nicht mehr da ein bisschen. Sie versteht doch Englisch. Äh, no, sagte Kellner. Äh, we, äh, we, äh, have only... Erbsensuppe. 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 Komm doch, liebe Kleine, Sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um neune Meine kleine Liebste sein. Ist es dir recht, ja, dann bleib ich dir Treu sogar bis um zehn. Trag mich unter, wir wollen zusammen mal bummen gehen. Und jetzt alle! O, der Rebberbahn macht zum halb eins, die Liedelung. Du gehst, du hast, Heinz. Amüsierst du dich, denn das findet sich. O, der Rebberbahn macht zum halb eins, die Liedelung. Was willst du denn hier? Nicht böse sein. Nicht böse sein, weißt du. Aber das passiert doch nie wieder in meinem Leben. Das musste ich einfach sehen. Sonst glaub ich's doch nicht später. Was denn? Mein Erwin und die Queen. Oh, Erwin, weißt du, du bist ein ganz großer Mann. Du bist ein Star. Küss mich, Erwin. Oh, ja. Oh, küss mich, wie im Film. Ganz plötzlich ist die Krise da. Was heißt hier plötzlich, Herr Kollege? Wir haben bereits im vergangenen Jahr die fundamentalen Daten der Spielmannwerke geprüft und eine baldige Liquiditätskrise vorausgesagt. Ich habe doch im Justizministerium prüfen lassen, ob eine Auszahlung der Landesfördergelder nach Artikel 9 Absatz 2c EG-Recht überhaupt möglich ist. Das hätte in der europäischen Rechtsgeschichte einen einmaligen Vorgang bedeutet. Nicht auszudenken, was Berlin oder Brüssel dazu sagen würden. Ich finde, und mit dieser Meinung stehe ich sicherlich nicht allein, dass wir prüfen sollten, ob wir gewissermaßen ein Gutachten... Was denn für ein Gutachten? Das lohnt nicht bei diesem Wrack. Wrack? Habe ich Wrack gehört, Herr Kollege? Ja, das haben Sie, Herr Kollege. Aber bitte, meine Herren, 600 Millionen Subventionsgelder liegen sozusagen auf Halde. Könnten wir nicht... Sind von der EU gesperrt. Ihre Bedenken haben einen ganz anderen Hintergrund. Was für ein Hintergrund? Willen Sie doch nicht den Unschuldigen? Sie sind politisch mausetot. Von Ihrer Frau? Also wollen Sie sich bei Ihrem Freunden in Brüssel es nicht verdarmen, weil die dort einen Sessel für Sie warmen... Sie sind in den populistischen Kreuzzügen gegen die EU-Kommission. Da können Sie sich wüssten! Und wenn ich dann traurig werde, liegt das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Ihr müsst verzeihen... Sie können ja Akkordeon spielen, Herr Ministerpräsident. Das wusste ich ja gar nicht. Ich spiele oft in letzter Zeit. Immer wenn ich nicht weiter weiß. Und das Geld nicht reicht. Und wir auf Sonderangebote angewiesen sind. Aus dem Supermarkt. Dann gehe ich in meinen Garten und dann spiele ich wieder ein bisschen Akkordeon. Das war eine schöne Sitzung, Uwe. Na wirklich. Hat sich gelohnt, aus dem Urlaub zu kommen. Danke. Na ja, ich weiß. War saukomisch. Was ist denn nun mit den Spielmann-Werken? Vergiss es, Uwe. Je schneller die Kuh vom Eis ist, desto besser. Grüß, Heide. Heide. . Erika? Erika? Alles in Ordnung? Ja, ja. Genau derselbe Schrebergarten-Zirkus wie bei uns. Zeig doch. Ich hab noch Spaghetti gefunden. Lass die Spaghetti zu, die gehören nicht uns. Sollen wir verhungern? Hier, Tomaten. Du, sag mal, die 1000 Euro von Tante Hilde, was kann denn die machen, wenn die merkt, dass wir ihr Konto gepruntet haben? Sauer wird sie sein. Mehr nicht. Wieso kommst du denn da gerade jetzt drauf? Ach, nur so. Du, ich muss um 10 Uhr auf dem Arbeitsamt sein, am 20. Muss ich das melden? Hier mit der Aushilfe? Bist du wahnsinnig? Die schicken dich doch gleich in die Psychiatrie. Und Reinhard und Uschi erzählen wir auch nichts von. Du sag mal, Mensch, die waren doch gestern noch zu. Ach, die Papralinen. Jetzt kack dir doch nicht gleich in die Hosen. Bevor wir hier rausgehen, wasche ich alles ab und mach's picobello. Koch, Koch. Sieht irgendwie toll aus. Irgendwie klasse. Ja. Wieso sieht denn die toll aus? Hm? Wieso die toll aussieht, möchte ich mal wissen. Ja. Ist doch bloß so eine aufgedollerte Promikuh. Toll, ja. Toll sieht die aus. Lange, durre Zicker. Ist ja so toll aus, ne? Ja. Hoffst du toll. Tolle Frau. Kerle. Können so die Laune vermiesen. Was ist denn los? Was die kann, kann ich schon lange. Mach dich das an. Was ist denn das? Schließ doch mal die Tür ab. Was sind denn die Tür? Da machst du nicht aus. Ich hab Angst. Geht rein, ist in den Hülschrank. Kerzen, ihr. Ministerpräsident, die Herren sind gleich da. Was sind jetzt für Herren? Zum Teil muss ich sie aus dem Urlaub einberufen. Warum das? Ja, sonderlich erfreut war darüber niemand. Die Kabinettssitzung. Die. Die was? Sondersitzung des Kabinetts in der Staatskanzlei, Krisenstimmung im Lande. Der Ministerpräsident selber, seit Tagen für die Presse nicht zu sprechen, holt seine Minister aus dem Urlaub. Die Spielmannkrise könnte durchaus das Ende dieser Koalition bedeuten, die durch die Dauerwirtschaftskrise angeschlagen ist. Was sich der Alte dabei gedacht hat? Hoffentlich hat Achimsen eine Idee. Nicht aus dem Urlaub, Holger. Aber es war doch Ihre Anordnung, Herr Ministerpräsident. Echt? Ist ja irre. Also bitte, Herr Ministerpräsident, die Menschen da draußen erwarten, dass sie jetzt die geeigneten Maßnahmen ergreifen. Gut. Ich komme runter. Wieso runter? Äh, da, daneben rauf. Kabinettssitzung, was ist denn das? Das weiß ich doch auch nicht. Was soll ich denn machen? Du hörst einfach zu, was die anderen so reden. Aber ich werde was sagen müssen. Erwin, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist. Ich meine, wenn es so Ärger gibt im Schrebergarten mit dem Müll oder sowas. Und sich alle so richtig anschreien. Denk mal nach. Was machst du dann immer? Genau. Herr Ministerpräsident. Ah, danke, Uwe. Sag mal, Uwe. Du kannst ja mir den ganzen Urlaub vermiesen. Danke. Wie geht's denn immer so? Und gut, Uwe. Das hätte in der europäischen Rechtsgeschichte einen einmaligen Vorgang bedeutet. Nicht auszudenken, was Berlin oder Brüssel dazu sagen würden. Ich finde, und mit dieser Meinung stehe ich sicherlich nicht allein, dass wir prüfen sollten, ob wir gewissermaßen ein Gutachten... Was denn für ein Gutachten? Das... Wie geht's denn, Herr Ministerpräsident? Da war's gegen Meerschweinchen? Oh, Entschuldigung. Ja? Heikelein? Wie war die Party? Nein, Papa ist dienstlich verreist. Mama? Also irgendwas machst du total falsch. Muss doch einen Grund haben, dass Papa andere Frauen anbaggert. Wie bitte? Na ja, wenn's dich beruhigt, glücklich sah er jedenfalls nicht aus. Er tat mir eher ein bisschen leid. Wie, wo... Wo bist du ihm denn begegnet? In der Villa. Carla? Könnten Sie sich vorstellen, dass mein Mann... Ja? Ja? Ah. Hallo? 15 Uhr 20? Sehr gut. Ist denn da noch ein Platz frei? Wollen Sie den für mich reservieren? Und hier noch eine ganz aktuelle Meldung aus dem Bundespräsidialamt. Der Bundespräsident hat aus gesundheitlichen Gründen alle Termine für die nächsten Tage abgesagt. Geh ich mal ran. Ja, Paschke? Oggi? Der Erwin hier, ja. Du, ich wollte nur sagen, dass wir am Sonntag kommen. Kannst du mal zu uns rüber gehen, mal durchlüften? Ja, kann sich auf uns verlassen. War, Reinhard? Geh mal. Du wart mal, Erwin. Der Reinhard will dich noch, ja? Erwin, gut, dass du kommst. Übermorgen wieder Preis gehalt gegen die Typen von Säuregurken und Waldfrieden. Diesmal müssen wir uns über den Tisch ziehen und du musst ran. Wieso denn ich? Manche, ihr wisst ja ganz genau, dass ich im Skottennieder bin. Hilft nichts. Bist ausgelöst worden. Kann ich Schreibtisch machen? Ja, 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 ja. Ah, nichts Zigaretten mehr. Nicht rauchen. Gut. Kein Kaffee. Jasmin, sehr gut für Gesundheit. Ja. Herr Ministerpräsident? Die Pressemappe. Die Pressemitte. Den Ärger, den Hachinsen mit der EU in Berlin bekommt, ich möchte den nicht haben. Zivilcourage, Herr Kollege. Herr Delbrück, guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe gut. Ich danke Ihnen. Und Ihnen? Wunderbar. Herr Ministerpräsident? Komm, Ufchen. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Bourbon auf Eis? Nein, wir nehmen Rotwein. Zwei Rotwein, bitte. Wenn ich Sie abknüpfen soll, kein Problem. Danke, ich werde es Ihnen dann sagen. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Zum Wohl. Zum Wohl. Herr Ministerpräsident. Herr Ministerpräsident. Heute schon nach Hause zu fahren, ist ausgemachter Unsinn. Aber ich muss auf dem Arbeitsamt sein am Montag. Ach, keine Sorge, das regeln wir schon. Übermorgen beginnt die Ostsee-Woche. Und Sie sind der Ehrengast, Herr Ministerpräsident. Nee, wirklich nicht. Das muss ich nicht haben. Wo ist denn mein Schlüpper? Die teilst du auf deiner Seite. Ja. So, Südwester, Ölzeug, Gummistiefel. Alles da. Ich denke, es müsste passen. Was soll denn das jetzt? Ich denke, es ist doch in unser aller Interesse, den Paparazzis keine Chance mehr zu geben, oder? Erika, das ist Frau Achmsen. Frau Achmsen, das ist Frau Strunz. Heide. Erika. Angenehm. Herr Achmsen. Herr Achmsen. Frühstück. In diesem Rennen findet vor der großen Tribüne unter Anwesenheit unseres Herrn Ministerpräsidenten die große Ex-Parade statt. Na? Zufrieden, Herr Ministerpräsident? Koteletts vom Heidschnuckenlamm? Deutsches Spanferkel, kalter Fasan, Birne, Helene, Kaviar, russischer Kaviar und diesen Krabbensalat. Den müssen Sie unbedingt probieren, Herr. Was kostet denn das? Was hat denn das alles gekostet, frage ich? Na ja, wir haben unseren Etat, Herr Ministerpräsident, der Veranstaltung angemessen. So, der Veranstaltung angemessen. Aber das geht doch alles auf Kosten der Steuerzahler. Vier Millionen Arbeitslose, aber hier biegen sich die Tische. Ich will den Firlefanz da nicht mehr sehen. Nirgends mehr. In Zukunft nur noch Erbsensuppe. Haben Sie mich verstanden? Wie Sie meinen, Herr Ministerpräsident? Na gut, meinetwegen noch eine Bockwurst dazu. Wer sich da vorne auf Staatskosten durchgefressen hat, kennen Sie die Leute? Nicht alle. Einige Staatssekretäre waren dabei. Staatssekretäre, ja. Was machen die denn überhaupt? Also ich sehe die immer nur bei Kranzniederlegung hier Schleifchen gerade rücken oder Bäumchen pflanzen. Schlechten Tag erwischt, Herr Ministerpräsident, was? So, Sie sind da. Wo? Vor Ihrer Villa oder wollten Sie noch zur Staatskanzlei? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ministerpräsident. Oh nein. Nein, 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 nein. Alles in Ordnung, Herr Ministerpräsident? Ja, 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 es ist alles in Ordnung. Ist das ein Herr Ministerpräsident? Ja. Ich weiß auch nicht, was heute mit ihm los ist. Ich schon. Schlüssel vergessen, Herr Ministerpräsident? Ja, äh. Kein Problem. Herr Ministerpräsident, schönen Feierabend. Ja, und einen schönen Feierabend. Sehr, schönen Feierabend. Bis zum nächsten Mal.